Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem spontanen Sonntags-Stream mit Hand. Wir brauchen noch die Event-Punkte und mit dabei ist natürlich der gutaussehendste und mit der tollsten Stimme der GoTax. Hallo! Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, wir sind spontan live am Sonntag, 28.04.1940. Ich hoffe, ihr habt es gut, den Sonntag überstanden, was Leckeres gegessen und liegt jetzt gemütlich vor dem Rechner auf der Couch, in der Badewanne, wo auch immer und genießt den Sonntag und den Stream. Und hallo Grimmels. Hallo Grimmels, ich bin hier, ihr seid hier Schnabel-Wattier. Ja, kommen wir wieder auf ein sehr gutes Spiel. Das ist richtig. Wie ist es, Grimmels? Wie hast du das Wochenende überstanden? Was ist das Wochenende überstanden? Ihh. So. Wie ist es, ich komme schon. FPS, Ping, Leaks, mal gucken. Ähm. So, mal kurz gucken. Was habe ich überhaupt für Quests? So viel habe ich ja nicht mehr. Fünf Punkte bräuchte ich noch. Ich bin hier. Hunter zum Blieten bringen. Das soll ja möglich sein mit einer Crossbow. Bluten die durch den Crossbow? Eigentlich schon, ne? Klumpus mit Feuer. Jumos mit Knöcklen, nein. Okay, Klumpus mit Feuer, da kriege ich hin. Ich glaube, ich nehme direkt einen Bogen mit. Verdammt, der hat ja nicht die Skill für den Bogen gehabt gerade. Hab ich den rausgenommen und sagte, nee. Du hast ja ein Eisbein in Eis gekauft. Weiß? Was ist denn Eis? Fünf Kilometer Spaziergrasse hat er ja schon dreimal wieder runter, ey. Fünf Kilometer. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. War es so schönes Wetter bei dir auch? Oder wie, oder was? Also hier war relativ warm. Das war doch gerade ein bisschen gewitternd. Das stimmt. So, 50. Gegner sollen ja bluten. So, wo macht man das so? Also, ich habe noch Quests mit Kille Lantern, Ground. Aber, oder, ich muss halt die Cages noch breaken. Nikolas. Die Damage-to-Enemy-Hunters, die sind Crossbows. Oder Hand-Crossbows. Und ja. Hand-Crossbow oder Crossbow? Ja, Krossbow habe ich ja. Das habe ich ja mitgenommen. Ja, sehr gut. Genau, ich muss Hunter zum Bluten bringen und Klumpys mit Feuer und Emos mit Naki. Beziehungsweise mit Naki-Naki-Knife. Oder Dus-Dus. Ein Eis. Ein Eis. Das ist eine lokale Eismann-Lofaktur. Wie teuer ist da so eine Kugel? Wie groß sind die Kugeln? Wir müssen... Mit zwei Ländern? Ja, ich bin rausgeflogen. Was ist denn? Ich nicht. Läden. Mit zwei Läden, glaube ich, sollte er bedrücken. Ich habe... ein... Quiet Cloud Error. Ich kann auch nichts wegklicken. Und soll er wieder rein? Gucken, weiß ich nicht. Kann ich ja nicht sagen. Ähm, doch, kann ich reconnecten. Okay. Ah, sehr gut. Wir müssen so... Oh, ich fahre auch mal wieder auf ein Eis. Oh ja. Zwei Euro oder zwei Euro zwei. Zwei Euro 20 für eine halbe Kugel. Wie für eine halbe Kugel? Eine halb-halb Kugel? Eine halb-halb Kugel. Was ist eine halb-halb Kugel? Eine halb-halb Kugel. Ich kenne halb-halb im anderen Bereich. Also wenn du geackt hast, holst du eine halb-halb oder so. Denn eine ist Eis und der andere ist kein Eis. Zwei Sorten in einer Kugel. Du stehst ja nicht bei mir. Ich komme jetzt gerade. Zwei Sorten in einer Kugel. Will man das? Darum ist nicht nur zwei Kugeln. Aber zwei Euro. Okay, krass. Oh ja, ich will auch kein Eis mehr. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo. 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 Ich muss mich mal ein bisschen lauter auf den Ohren machen. Ah, jetzt spreche ich in den Ohren rein. Da ist gleich dein erstes Opfer. Achso, was ist ein Nacki? Nacki-Kniife. Wo sind wir immer wirklich damit? Ach, was soll das? Ich habe keinen Nacki-Kniife, deswegen. Okay, ich muss das Spiel ein bisschen leiser machen. Alter, Alter. Aber ich brauche das. Ich muss das bisschen lauter haben. Ich habe dich nicht mal mehr gehört und hatte mich den jetzt verprügelt. Aber ich muss dich nicht mal lauter machen. Ich habe nichts mehr gehört. Ich habe den jetzt nur verprügelt. Natürlich lebst du. So, warte. Hive muss ich nicht. Ich muss ein Klumbi. Ah, Klumbi mit Feuer. Ah, Klumbi. Ich habe Fake bekommen. Aber ich habe mich nicht mehr angekillt. Egal. Gibt es aber schon noch ein paar. Oh, bis daheim. Die will ich nicht. Hm, da hinten ist Nachschub. Das will ich. Das will ich. In Richtung Aden. Ich habe Fake bekommen. Ist auch gut. Da kannst du dir ganz, ganz, jedenfalls verarschen. Ich verarsche dir mal hier mit. Hier noch nicht. Da sind Hunde. Ich habe dich gerade selber von meinem eigenen Fake erschrocken. Da schießt wer, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Okay. Das kommt aus Larsen. Ich habe es gar nicht drauf geachtet. Da hinten. Hier ist irgendwas laut. Das Ding ist laut. Da hinten. Ja, die sind bei dir. Nein, da verfehlt. Einmal getroffen, der ist ins Haus. Und einer ist irgendwo hier. Oder? Ist der in die Hütte reingelaufen? In die grüne hier? Ja. Fuck. Nein. Du Pisser. Oh mein Gott, da brennt es. Ja. Der hat auf meinen Dicks geschossen. Ja. Der hat auf meinen Dicks geschossen. Weil ich kurz die Heilung brauche. Achso. Ich bin voll. Von hinten. Oh mein Gott. Ja, ich bin runtergesprungen ins Wasser. Okay. Ich muss mich eben heilen. Von dort. Ja, ja, ich weiß. Ja, der steht immer noch hinter der Mauer. Gibt einfach wieder einen Headshot. Du hättest Nekro. Ach. Du hättest noch einen Schuss da drin. Pass auf. Der ist genau über dir. Der Frack guckt unten durch. Mein Gott. Ich wollte gerade schießen. Ja, nein, er kommt. Der kommt von hinten, der Pisser. Ich habe nur den Frackland-Tüchel-Luken gesehen, ey. Du brennst. Hallo, Oni. Danke, Oni, für die Info. Das wird mir nie aufgefallen. Na, wie ist es? Ja, schön, dass du eingeschaltet hast. Er ist halt ein heißer Typ. Was ist denn Spundekäse? Boah, das klingt irgendwie richtig hart dranzig. Und grüne Soße waren sehr speziell. Okay. Ja, lecker, wenn es schmeckt. Das hört sich so hartranzig an. Jetzt brenne ich ihn nicht mehr. Doch, ich glaube, ich brenne noch. Ich glaube, ich bin noch nicht ausgebrennt. Ich liegt ja immer noch dort rund. Ich glaube, ich bin noch nicht ausgebrennt. Ja, vielleicht. Robertster. Der Robertster ist geil. Okay. Nein, tust du nicht, wenn ich das sage. Super, Oni. Da schreibst du jetzt jedes Mal im Schreibt, wenn ich brenne, dass ich nicht mehr brenne. Dann höre ich spontan auf. Aber wenn ich noch eine Runde bin. Geil. Rundenkäse ist eh nicht so süß. Was ist Robertster? Was ist das denn? Was ist das? Was ist denn das? Irgendein Schmierkäse, keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen, was da drin ist. Ist lecker. Ih, ein Schmierkäse als Eis? Als Eis? Nein. Ich glaube, das hat er so gegessen. Nein. Heute konnte ich zwei sehr spezielle, regionale Sorten probieren. Ach so. Bunde Käse und grüne Soße waren sehr speziell. Nee, als Eis. Ach so. Das ist hart eklig. Warum? Wäre das so lecker? Ja, es ist lecker, aber nicht auch als Eis. Da isst man Pistazio oder so. Ja, das ist ja Standard. Wer ist denn die neue Waffe noch? Du meinst die Marco? Ja, die habe ich gerade gefunden. Eigentlich habe ich die andere besucht, aber ich glaube, ich nur mal die Marco nicht. Oder meinst du die, äh, warte. Ja, der ist so ähnlich. Nee, der ist nicht so ähnlich. Du meinst die Codwell Marathon. Ach ja, stimmt, Marathon ist die. Da isst man Vanille. Pistazie, die isst man Vanille. Ja, Vanille ist lecker, Stracciatella ist lecker. Bananen ist lecker. Da wird das Kind immer gerne gegessen. Oh, Zitrone ist lecker. Dann gibt's auch, ähm, ähm, es gibt auch, so, Sojotto oder solche Sachen. Eishatze, lecker. Kinder Schokolade ist lecker. Snickers. Ähm, Malalaga. Malaga. Wie heißt er mit diesen Rosinen? Malaga, genau. Es ist richtig lecker. Ja. Hello, Vancom, P4A-Modus für 250 Euro. Die sind jetzt zurückgerudert. Macadamia ist auch lecker. Hallo, Gopilu. Wir sind jetzt zurückgerudert. Jetzt kostet nur 249? Wir sind jetzt? Nee, es ist so, wenn du jetzt die, also es ist so, dass der PVE-Modus jetzt für die EOD-Version jetzt doch dann kostenlos kommt. Also heute ist ganz neu, es gibt ein neues Video von Meier. Und, äh, es ist so, wenn du jetzt die EOD-Version hast und willst auf diese große Edition-Dingsen, dann bezahlst du nicht mal 100 irgendwas Euro, sondern nur noch 49 Euro, fast 50. Für Leute, die es in Wissen getrunken, KfD. Nein, es ist so erfolgreich wie hier. N-Eyes ist so erfolgreich wie hier. Du kannst Pötte hier bei Rewe kaufen, preislich im Bereich von dem bei Ben & Jerry's. Die kriegen das, okay. Ja, die kriegen das. Okay. Und der PVE-Modus kommt doch erst zum Release für die O-D-Version, also in 10 Jahren. Ja, mal gucken. Nee, der PVE-Modus, äh, ich weiß nicht, also es ist so, dass der PVE-Modus jetzt nach und nach irgendwie dann freigeschaltet wird. Ach, ich blick da nicht durch, keine Ahnung. Das ist eben nicht, wie ich spiele es mir so, erst mal kein EFT. Aber ein bisschen, also, weiß ich nicht. Ich warte ein bisschen an. Wenn das eingeschaltet habt, so ein Showdown mit dabei ist. Oh, 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 moon on chat, hallo. 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 Wie, doch? Du bist dabei? Ja, ich meinte jetzt, die EFT nochmal. Nee. Du hast jetzt zwei Kugeln. War es denn jetzt, Krimis? Also hast du da jetzt dieses Käse oder? Ja, genau, das war zusammen in einer Kugel gewesen und Schokokos und Vanille war wohl in einer Kugel irgendwie so. Ach so. Weil da war ja irgendwie so eine halbe Kugel. Ich blick da nicht durch, da sind es mir zu viele Kugeln. Kokos und Schoko, also Käse mit Schoko und Kokos. Ich bin gleich da drin. Ja, die so ein bisschen wirken. Ach so, ja, dann ist ja gut. Hier sind Upgrade Points. Okay, ja, warte ich nicht. Die beiden, die haben es trotzdem versaut. Viele besprochenes haben die noch nicht eingehalten, wie zum Beispiel der Season Pass und zukünftige DLCs. Ja, das mit dem PvE-Modus fand ich auch ganz witzig, als wir gesagt haben, das ist ja ein ganz großes Feature und das sehen sie nicht als DLC. Obwohl ein DLC ein großes Feature für eine Erweiterung des Games ist. Also, es ist halt einfach, die versuchen sich halt einfach ein bisschen rauszureden und das noch zu verschönigen. Oder Kacken gehen denn wirklich? Die Patreon ist der größte Blödsinn. Ja, also, ne, angenommen, es geht darum, dass sie halt wirklich, also er hat jetzt im Interview, das war sowieso ekelhaft, aber er hat ja im Interview gesagt, es geht nicht darum, weil EFT Geldprobleme hat. Nee. Das glaube ich nicht so ganz. Und zweitens, weil, also, und zweitens, hätten die halt Geldprobleme, dann hätten es auch einfach gereicht, wenn sie die Community für Spenden aufgerufen haben, weil die Community, also das haben halt einige selber schon gesagt, die hätten das halt gemacht. Aber das Problem ist, dass sie generell nie so offen zur Community waren und immer Sachen versprochen haben und nicht gekommen sind. Oder viel später, als sie eigentlich versprochen haben. Ja, vor uns ist er runtergesprungen. Ja. Die feiten da irgendwie. Ja, ein Zombie rennt ihm hinterher. Da. Oh Gott. Hab ich? Ist tot? Ja. Da ist noch einer. Ja, ich weiß, hat ein Hit. Aber ich brenne. Fuck, ich brenne. Ich muss ja befeilen. Fick dich doch. Ach komm. Oh Mann, ey. Ich dachte, ich krieg die da noch. Äh. Ja, halt die erst mal. Ja, die wird ja wahrscheinlich noch dahinter sein, irgendwie. Oder guckst von der Seite, ob du mich dann mit dem Neko bekommst. Schön. Schön. Da war die Kollegin. Ja. Warte auf, hinter dir. Kann sein, dass die da hinter dir ankommt. Ja. Ja, die ist im, äh, Bossraum. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn mit denen? Nein, das ist leer. Ist leer. Ja. Schön. Zum Glück war die gerade weggelaufen. Ich sagte, oh, das wird knapp, wenn die dich jetzt sieht. Ja, schön. Das hat sich alle gemacht. Die kommt mit der Waffe nicht. Das waren drei. Wieso sind da drei? Wir haben doch nur zwei Gruppen. Stimmt. Wo ist denn? Danke. ist er schon ausgebrannt werden ja ich bin jetzt tot ja das ist um auf der mauer drauf ich treffe halt nix hat fast kein ap verloren ich weiß es nicht also es war irgendwie drei leute ich mich auch gewundert ja vielleicht ist er der der gegen die noch gefeit hatte und hatte ja lasst ihn mal machen das war bestimmt solo ne wir haben ein zweier aber wenn es schmeckt grimm ist ja schon mal die hauptsache ja das ist ne da ist noch ein zweier team gewesen ist zwar schade aber es gibt jetzt zwei neue ich weiß nicht ob es jetzt grey warzone äh das ist da war jetzt ja der spieletest äh für streamer und irgendwann kommt der wo man halt alle so ein bisschen das testen können äh raus und dann gibt es auch noch und da muss ich mich mal ein bisschen informieren ähm warte das hab ich dir doch gestern geschickt ähm also extraktenshooter dann gibt es noch warte wie viel ist denn das jetzt was ich dir gestern geschickt habe ähm und ich finde das kommt schon vom aussehen tatsächlich recht ähnlich ja mal gucken wer wer das ist ja mhm ja aber schon krass wenn sie so pvp beziehungsweise solche pay to win sachen mit rein bauen müssen und keine ahne und aber ja sollen die leute mal verteidigen sich die scheiße kaufen und dann sehen wenns was sie davon haben ja es ist so einfach von eintrag und wandern irgendwann nichts überwohnen davon und sagen ja schadet ne danke für euer geld ja es wird aber immer noch genug leute also es gibt immer noch leute die das heute spielen und ja einige content creator überlegen halt jetzt ob sie das nochmal eine chance geben oder nicht ne wenn die schläge werden ne drecks gehen ich hab nur sprunne käse und könne soße probiert mir aber eine kugel schoko kokos und eine kugel vanille geholt sogar warte für die alkis war heute eine sorte da eulchenbier helles alkoholhermliches für die alkis ach 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 er macht ein ike euch krank schräg bist wirklich Untertitelung des ZDF, 2020 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 wehgetan schuldigung ja ist gut schon halb die linie kacken ja über mir ist irgendwo ein mord hier wollen nicht bock und ich meine ich habe klumpys ich meinte klumpi wie noch einer den bräuchten ja dann würde ich sagen das ist doch gut keine stelle muss ja noch ein streck kaputt machen so auf anderen seite ist eine warte ich bin grad hier komplett verlangsamt hier wenn du hast was zum werfen aber ich habe was laut ist doch ich habe schock hier aber lass ich wollte ich jetzt nicht wollen wir noch die kutsche mitnehmen dann können wir den trade mitnehmen denn das kommt zu dir oder nicht da weiß ich noch nicht er weiß es nicht hier gibt es aber spritzen so das 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 muni brauche ich nicht mit dem spritzen ja devin kurz nach devin obwohl ich denke da irgendwo rechts ist der boss ich bin auf die hälfte oben wieder ob ich da nicht rankommen warte ich hole der bounty schon der hinweis ich bin da oben schon drauf ach oder hast du bei dir ach so ja ne ich hab dann genommen deswegen ich hab's überhaupt nicht ah ok verstehe ja dann sollen die sich dann mal bekriegen und dann ist ja gut na mein gott mein gott kannst du mich mal beseitigen ja dann ja du darfst nicht wegrennen das krieg ich denn nicht sonst ok du 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 brauchst du noch ein käfig net mhm ne ist rot ja policing hörte auf Wir müssen wahrscheinlich noch nicht beim Boss. Nein. Hier. Und ihn noch von außen. Bei mir schleicht der. Ok. Ja, ich hör den, glaub ich. Gut. Nein. Sehr gut. Achso. Der ist verblutet. Ok, ist weiß. Ich hab ihn schön gebaitet mit der Nate. Der ist von einem Dings nicht umgefallen, aber der ist verblutet dann. Ok, dann lass den schnell looten und dann den anzünden. Ich hab was zum anzünden. Ja, Hobby Aura. Ich guck aber, was hat denn für Waffen? Ok. Ok, ok. Natürlich trifft mich das. Was macht er auch im Feuerchen, ey? Oh, nö, es ist rot. Ja. Wer ist da der Kollege? Keine Ahnung. Ich warte mal. Hier liegt jemand. Oh. Oder ist es nur eine Zombieleiche? Ne, ist nur eine Zombieleiche. Achso. Ich glaub, die kommen näher. Von wo? Ich hätte es 3,30 geschätzt, aber kann aber auch sein, dass ich mich verdammt hab. Kann sein, dass die Spinne auch einfach nur noch ganz da laufen wär. Ok. War wohl doch die Spinne. Auf 30 sind Raben geflogen. Und eine Halb wurde gepullt. Mhm. Von irgendwo dort. Kann der mal ein bisschen schneller brennen? Kannst du mal aufhören zu regnen? Hat der das nicht grad aufgehört? Hat der schon angefangen? Ja, es regnet schon wieder. Ja. Oh, es pisst so ein Ström. Mhm. Ja, und die machen den Boss. Ok, der ist ausgebohnt. Runter gesprungen? Ja. Ja. Weißt du, die sind beim Boss schon drin? Ja. Hier sind sogar Fallen, zwei Stück. Ich entschärfe dir mal eben. Da kämpfen welche gegen einander. Ja. Kann sein, dass die Tod sind hier drin. Ne, hinten geht die Tür auf. Oh mein Gott. Oh, mit Fanning und Gift oben. Och. Ich bin erschrocken. So ne neggend. Machst du mal Bloki? Boah, die kommt hinterher. Da draußen ist irgendwas, oder? Oh mein Gott. Ah. Gott. Ja, die ist rumgeschmissen worden. Oh Gott. Wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Oh Gott, da ist noch mehr. Mastel, pass auf. Der wurde von irgendwo erschossen. Oha. Ziehen wir so, komm her. Oh ja. Oho. Gott spinnen die nicht anspringen. Oho. Muss los. Oh Gott. Muss nochmal los. Hallo. Muss nochmal hier hin. Alter. Ich sitze hier und halte mich überall fest, ne, alter? Nein, die tötet die gleich. Oder sie ist draußen. Ja, es ist nur der Falle. Ja, sehr gut. Die ist links. Oh Gott. Hinter dir. Hinter dir! Wo kommt die denn her? Ohhhh! Jenny, hau ab! Die muss mir mal kurz wieder... Oh Gott! Hunde! Ich muss mal wieder los! Ich muss mal wieder los! Hä? Alter Marcel, kannst du bitte jetzt? Hinter dir! Winnie! Brauch dich mal eben! Komm mal runter! Brauch mal eben komplett alles voll! Ich brauch Punkte! Ja, schön! Und ich? Ja, du bist vielleicht auch voll! Oh Gott! Ha! Meine Punkte! Da waren zwei Stück noch, ey! Da waren zwei Stück noch! Boah, Marcel! Was war das? Ey, die Nachbarn, da gibt die Tür auf! Du hast die Tür auf, mach die Tür zu! Ich spreche hier rum, ey! Oh Gott! Die Überfolge brauchen wir aber trotzdem! Die ist ja so spannend! Meine Frisse, ey! Überall gefahren! Oh Gott! So! Ach! Geht ja halt weg! Meine Frisse! Da dauert sich das Hand ab 8 Minuten! Da war solo einer! Ach so! Ach so! Der da draußen glaube ich war! Ja, okay! So! 100 Blood Bones! Geil! Na kurz einen Hunter hier ausrüsten! Wann in den Bottisch werfen! So! Und die Eventpunkte nochmal mitnehmen! Ja, sag ich Dankeschön fürs reinschalten! Fürs dabei sein! Morgen um 13 Uhr zu uns schon geht's weiter! Tschüss! Ich hab 644 Hand Dollar bekommen! Hand Sonntag! Yay! Hallo Ralle! Dankeschön für dein Resub im 30. Monat! Dollar! Dankeschön! So geile Nudel du! Wie geht's dir? Wie geht's dir stets? Hand! Yay! Dankeschön für dein Resub im 30. Monat! Dankeschön! Für dein Resub im 30. Monat! Dankeschön! Puh! Wir fahren runter! Na! Schön, dass du da bist! Okay, mir fehlt ein Punkt! Wie krieg ich den denn? Mit Schokis! Okay, ich kann eigentlich spüren, was ich will! Sollen wir irgendwas haben? Äh... Ich muss nur Purses oder Registers, ich muss immer noch einen Laternen-Grunt killen und... Ja, Crossbows... Na gut, Crossbows kann ich mitnehmen! Ich muss mit einer Windfield Slade eigentlich auch kämpfen, haben wir auch keinen Bock! Boisenbeermarmelade? Boisenbeermarmelade? Ja, wenn es schmeckt! Lass es dir schmecken! Ich hab Boisenbeermarmelade! Was ist denn ein Boisen? Was ist denn ein Boisen? Was ist das? Irgendein... Irgendein... Jungen... Jungenmeer... Jungenbeermarmelade! Ich hab keine Ahnung wie ein Boy! Ich hab keine Ahnung! Telefon-Musik Ja, mach doch so! Hallo Jürgen, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Jürgen. Hallo. Wo ist jetzt Urlauber? Wo habe ich jetzt Urlaub? Okay. Ja, so weit und wir. Oh je. Letztens, das ist sehr schön. Was hast du jetzt für Urlaub ohne Führerschein? Wow. Ich habe keinen Neko gehabt, aber ich kriege keinen Neko mit einem Punkt. Egal. Ich habe mit ihr Neko. Jürgen, Dankeschön für dein Follow. Dankeschön. Ja, danke dir. Auch für deinen Follow, Jürgen. Vielen Dank. Wir haben natürlich kein, äh, wer ist das hier? Sound. So. Dann im Sommer noch mal Urlaub nehmen. Ach so. Fünfwesiger-Stream-Serien. Oh. Nie schlecht. Nein, mach mal ganz kurz dir das Penster zu. Bis gleich. So, warte, ich rufe gerade. In the silence of the swamp ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hast du kein Wasser mehr? Ja, tatsächlich ist meine Wasserflasche leer Der weiße Flasch. Hier ist noch Nachschub. Und hier oben gibt es Pünktchen. Geil, wenn ich die jetzt auch noch loote, dann... Mal mal hier nicht irgendwo eine Leiter. Geld. Ja. Das ist aber wichtig, ja. Das stimmt. Wo sind die Punkte? Waren die jetzt innen oder außen? Äh, da, wo du eigentlich gerade bist. Ah, ich hab sie, sie. Batavi? Äh, wo hast du das Geld gefunden? Da hinten, wo der Nachschub war. Da waren so kleine kleinen Säckchen rundherum irgendwie. Hast du? Also nicht direkt auf den Nachschub drauf, sondern in der Nähe. Ach, da. Ja. Oh Gott, Windy. Ja, nee. Ja, momentan sind irgendwie viele krank und irgendwie... Ich glaube, das Wetter nimmt einen irgendwie schon mit. Zumindest im Kreislauf und... Alles. Irgendwie warm, kalt, Regen. Sonne. Und allem drum und dran. Äh. Könnte es doch nicht irgendwie auch schön sein, aber... Ja, es hat sogar gewittert einfach. Ja, und da hat es geregnet. Und dann denkst du... Immer noch ein bisschen warm. Ja, Raben. Mhm. Ach, genau. Ja, dafür, dass es heute schön sein sollte, war es ja echt doof. Na je, ja, das ist, äh... Im April kann man sowieso das Wetter nicht so vorhersehen gut, finde ich. Dafür ist einfach das Wetter so bescheiden. Hier ist ne Kasche. Äh, Kasse. Komm, ich komme. Ne Kasche. Ne Kasche. Kasche. Stachelgrad lässt auch liegen. So ist es nicht hier. Häusen. 50 Dollar. Ne Spark Sniper. Gut. Hallo. Tschüss. Geld. Muss. Muss ich mit Schoki haben. Nicht Schoki. Mit der Schoki. War das Wetter bei dir? Ja, so... Okay. Hat mal kurz Sonne geschienen, aber hauptsächlich war es eher grau. Wollen wir zum Boss oder wollen wir... ... unseren eigenen suchen? Boah, weiß ich nicht. Wenn wir bei Windy ankommen, rennen wir so oder weg? Naja, lass mal hier bleiben, lass mal. Guck, wer kommt hier unten? Naja, die haben halt keinen Ausgang bei Windy direkt. Ja, im schlimmsten Fall rennen die in den Zoom runter. Aber wir können da versuchen hinzugehen. Oh Gott. Wenn man auf die Map guckt und irgendwo gegenrennen. Bei mir! Ja. Der hinter mir. Hinter mir im Wasser. Ja, bei mir ist hier auch einer. Der... Ach du weißt ja, der Ding fliegt überhaupt nicht. Der ist vor mir. Uah. Haben ihn getroffen. Na ja, aufpassen, hinter uns, ne? Haben ihn schon wieder getroffen. Oder einen Kollegen, keine Ahnung. Ja. Muss man ihn kurz zur Zeug hier rein drücken. Hab ihn. Ja, könnte noch einer sein. Pass auf. Der hat... Der musste noch einmal getroffen werden. Ja. Muss doch. Nein. Weggerannt, der Vogel. So. Wo ist der andere? Bäh. Oh, jetzt hat man dich doch gerade am liebsten gehört. So laut warst du. Tja. Das passiert, wenn man mal in einer gemeinsamen Wohnung lebt. Der hat die Waffen? Irgendwo höre ich hier noch was. Ja, bin ich mir auch manchmal nicht so ganz sicher. Kann aber im Wetter liegen. Ja. Wo rennen die gerade? Ja, die rennen schon raus. Dann lass uns unseren eigenen Boss suchen. Naja. Dann gehen wir nach draußen. Also weißt du, wenn du treuen willst, dann kannst du das gerne woanders tun. Aber nicht hier. Und das sage ich dir jetzt noch einmal. Und, äh, ja. Na, das ist, ähm. Da habe ich keinen Bock drauf. Hallo, Rockdee. Oh Gott. Ist auch von mir vom Background. Wie geht's, wie steht's? Hallo, Rockdee, Na, wie geht's dir? Sehr gut. Guck mal, dringend Heilung. Ich habe nur... Ja, jetzt kommt gleich noch mehr. Geil weg. Ich brauche, ähm, Special. Hier ist Heilung. Ja, ich habe auch gerade schon gefolgen. Aber sehr gut, dass ihr jetzt frei hast, dann. Wenn der Bereitschaftsdienst rum ist, ja. Im Grunde ist eigentlich alles gut. Mach mal kurz den Dicken hier weg. Und du geht. Hier rüber. Und du ide. So, ich gucke mal kurz noch Special. Und du geht's. Hmm. Jetzt noch mal Geld. Oh, special. Das ist ja nur ein normaler Mundi. Hallo. Ach doch, der Kutsch ist hier, sehr gut. Ich kann, ich kann mitnehmen, fokus auf. Oh, ich hab' zu viel fliegen. Ah, ich hab' den noch mitbekommen. Da gibt's keine extra Sachen, Schau, ne? Wo rennen wir eigentlich hin? Oh, ja, auf jeden Fall hier nicht. So, haben wir in der Kasse versteckt? So. Sollte man nicht wegwerfen, Oni. Ja. Ja. Ja, okay, war auf dem Dings gewesen. Ja, war dein Ast. Natürlich, ich bin jetzt einfach nur grau und... Mhm. Besser auf den. Hm. Das bedeutet, dass sie dann weg ist. Das ist ein Buff, dass du keine Vergiftung erleiden kannst. Genau. Oh, da wurde auf dem Platzwart gepullt. Ich hab's nur gehört, ich hab's nur nicht gesehen. Du bist so scheiße, ja. Der Dicke kommt gleich. Ich kann versuchen, den Dicke wegzuspringen. Na klar. Schlechts. Hä? Da fällt mir mitmachen? Ja, das glaubst du mir. Alter, ist immer noch nicht tot. Ja. Kann sein, dass der hinter einer noch schleucht. Ja, weg da. Wir reagieren auf nichts. Nee, da ist keiner drin. Ich weiß nicht, die Mückenfingern da drin rum. Ich hab ein bisschen weiter geschnissen. Nee, der Platz sieht auch frei aus. Ach ja, oh, die haben aufgenommen. Ich wollte sagen, die auch. Nee, stimmt. Die unten sind doch schon raus. Sind noch mit dem Gebäude drin. Entschuldigung. Du bist da drin. Wart Um. Kann sein, dass er nicht mehr so raus ist. Oh nee, sonst ist das nicht mehr so drauf. Wartene. Hörst. Wartene. 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 kurz mal die tür aufgemacht sind er im linken bereich wir sind halt beim falschen boss jetzt gibt es halt keine muni das ist halt ein problem ich probiere mal raus oder? 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 Da blutet wer. Langzeit hinten aber mal aus der Tür ausgucken. Oh Gott. Die noch weiter hätten durchgehört. Die wirfen Kappes. Ja natürlich treffen die mich. Haben die keine Sicht mehr? Und die Sicht benutzt. Meinst du aber der andere hat ne Schotti? Ich brenne. Der mich umgebracht hat, habe ich keine Ahnung. Da sehe ich die Waffe nicht. Da hat er mich einmal in der Frack gekillt. Der ist von außen. Oh mein Gott. Der kam mit dem Dings der Säbel angewandt. Ich dachte der kommt von innen an. Ich sehe nichts. So. Der hat ne Corny King. Das hört dann. Der hat auch noch abgewählen. Huie. Huie. Abzupf. Huie. 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 Hu. Huie. Hu. 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 Oh Gott! Was zwei Quests fand ich? Sehr gut. Ach stimmt, ich habe noch Immus. Ich muss hier auch noch zwei Dinge machen. Geld? Ich hätte noch zwei Immus gebraucht. Mit Spooky. So. 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 So, mal gucken, was das jetzt für eine Runde war. Waren noch die beiden? Ja, wir haben übrigens nur die beiden. Davor waren auch noch welche. Stimmt. Naja, werden wir wieder sehen. So. Ja, vier. Schön. Stimmt, die einen im Wald. Genau. Schön. Geil. Das sieht doch gut aus mit dem Event. Dann werfen wir mal den im Body. Ich bin gar nicht so. Ich bin gar nicht so. Das ist eine neue Leiter. Ich bin gar nicht so. Ich bin gar nicht so. Ich bin gar nicht so. was zu trinken. Na, Boost, wie geht's dir? Hallo Boost. Kurz Aufgaben, bis gleich. Bis gleich. Ja, gut soweit, das freut mich. Musik ist gerade aufgestanden ja warum nicht ne sonntag es ist sonntag und zweitens du musst dich gut ausruhen also mal wieder aufgestanden ach so ja gut auch wenn ich es wahrscheinlich wieder vergesse dass ich das mitgenommen habe hast du dir was zu trinken geholt ach boost was du das eben wo du hast mich erstreckt dachte gerade wie kann man so lange schlafen aber wie geht da das seine wie ich hab dich ja na klar habt ihr doch gesagt gestern noch gesagt dass sie auf dem handy aktuell oder mit rein kann so also ich bin eigentlich jemand es gibt so bestimmte arten von tollen da hab ich ne also du bist schon der einzige wo das wo ich das ok finde wenn du wenn du trollst ne sonst geht mir das manchmal so ja das zweite mal dass du mich trollern ist ey ich also wäre noch was gekommen ich hätte ich hätte den timeout den timeout geklickt also wirklich ich bin da nicht so weil keine ahnung ich bin da ja ich habe den finger schon die ganze zeit auf dem timeout bei moon so abgefuckt war aber ich fand das noch alles in ordnung boah ich weiß nicht irgendwie keine ahnung weil ich mir dachte so ist so wieder da das ist alles ok das boost das boost war jürgen der boost ist jürgen ich fand da jetzt auch nichts schlimm daran wie gesagt wenn ich weiß dass du das bist das ist ok sonst ist es so wenn du halt schon öfters mal leute gehabt hat ist die so ein bisschen trollen oder ein weiß ich nicht dann ist das so dann reagierst du da schon ein bisschen anders drauf aber wenn ich weiß dass du das bist dann ist alles ok ok alles gut dann weiß ich auch wie du das meinst song ausrufe zwischen schade ja äh ja meinst du jetzt gerade den der song der da läuft ja den finster überhaupt nicht mal gucken vielleicht mache ich mal irgendwie so eine playlist fertig oder so dann werde ich die mal öffentlich machen aber gerade habe ich die songs noch nicht wo öffnen ich habe gestern discord und twitch auf dem handy neu installiert und habe mal wieder keine passwörter und das jürgenpasswort kenne ich halt auswendig dieser name auch ne ich musste richtig aufpassen weil ich habe ich weiß nicht ich wusste echt nicht dass du das warst und ich musste echt aufpassen also nicht zu lachen und einfach nur jürgen zu sagen weil ich mir dachte so meine feste was ist das für ein name ist das für ein name ich nehme mal ich nehme mal ich nehme mal Alkohol und Döner verleiht eines solchen Namen der Alkohol kann ganz böse sein ey Döner kann ganz schön böse sein was ja ich glaube Döner kann ganz schön böse sein Alkohol Gesang ne Döner So, warte, ich muss einen kurz hier auf, warte, da habe ich mich mal Punkte zu verteilen, warte, das habe ich noch, da brauche ich das nicht. Bei mir ist das so, wenn halt jemand so einen komischen Namen hat, dann spreche ich den nicht aus und keine Ahnung, Jürgen war halt, wäre jetzt nicht Jürgen da, ja, dann hätte ich noch einen Von, hätte ich einfach dich Von genannt. Aber ja, weiß ich nicht, ich habe schon, ich habe schon die wildesten Namen gehört und gelesen eher, das ist so, ja. Und da dachte ich mir auch noch so, Gott, das rollt da auch noch so rein, aber wie gesagt, wenn du das, wenn ich weiß, dass du das bist, das ist okay, weil ich halt weiß, wie du das meinst. Das bist einfach du, Buust. Du bist auch so ein Jürgen, ey. Ich habe den Wortwitz schon verstanden, deswegen konnte man ja schon denken, wenn er meinte. Ich bin Jürgen von der Lippe. Ich weiß nicht, was ich mitnehmen soll, ich bin überfordert, muss man, der Bullequab muss man bei der Waffe nicht haben, oder? Hier bei der, er ist die hier, Mark, Dingenskirchen. Jürgen von der Lippe und Helge Schneider waren meine Idole früher. Die sind ja auch gut, die sind auch super. Ja, ich habe mir auch gedacht, so, irgendwer will mich vielleicht verarschen. So, keine Ahnung. Wie gesagt. Bist halt, wie gesagt, auch der Einzige, bei dem ich das mit dem Trollen, ja, durch halt weiß, wie du das meinst. Und das ist halt, was du, Buust. Das würde ich niemals machen. Alles klar, Rockday, danke schön für die Info. Ich versuch mal die letzten drei Worte in der Reihenfolge aus meiner Wortschatz zu treten, um deutlich zu einschärmen. Ich versuchte es mir gerade nicht so, wenn ich verstehe nichts mehr, ich bin durch. Ey, lass das einfach, ich mach hier einen Cut und fang von vorne und so. Der Nächste, der wird schreibt, sag ich hallo. Ich hab mal die letzten drei Worte in der Reihenfolge aus deinem Wortschatz. Was? Ich habe es gar nicht gelesen, Gott, was geschrieben hat. Wegen, weil er mich erschreckt hat? Was? 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 So, das war's, ach so. Ach so. Ach, jetzt weiß ich, was du meinst. Aber die Antwort da drauf, ach so, jetzt komm ich erst mal. Nein, ach Gott. Nicht, nicht falsch verstehen, Grimm, ist alles gut. Äh, Rockday, meine Güte. Ey, wieso gehen? Wieso soll es da jemand gehen? Ey, ich verstehe, okay, ich komm wieder nicht, doch nicht hinterher. Ich komm nicht hinterher. Schön, dass du eingeschaltet hast und schau'n doch. Mit dabei ist im Chat, hallo. Und hallo an alle, die jetzt, was im Chat schreiben, wo ich nicht durcheinanderkomme, hallo. Das komm ich nicht hinterher, ich bin am Stream, der zählt nicht. Das hatte ich mal in einem letzten Stream mit drei Wörtern, das ist sehr schwierig, wusste ich bis dahin auch nicht. Na, das weiß man halt auch nicht, ne? Also ich wusste das auch noch nicht, bis ich es gehört habe. Und, ähm, auf 195 bei Seven Sisters ist sie fett gepullt worden. Oh ja. Kannst du ja mal kurz gucken, weil dann hole ich mal innen hinweis. Ich bin eher so neben der Spur, dass ich tatsächlich versehen nicht schaffe. Ja, also, ich weiß ja auch, ne, dass du das halt nicht absichtlich machst. Das ist halt einfach so, also nicht. Das ist halt dieses Liebeärgern bei dir da. Und ich weiß, dass du das bist. Hippie. Weil wir uns ja auch schon, ne, auch unterhalten haben und deswegen ist alles fein. Wir brauchen das Seven rübergeben, weil die werden hier nicht rüberkommen, weil die sind ausgegaut. Ach scheiße, ich muss Hellhorns mit Poison Damage killen, ne? Und ich habe keinen Poison mitgenommen. So, ne, da habe ich jetzt auch gehört. Äh. Da wurde Mordi gekloppt. Ja. Der ist da gekloppt worden. Ach, lol, da steht der. Da. Sehr gut. Den habe ich nicht gut, dass der gesehen hat. Ich hätte den nicht gesehen. Ich bin da am Busch, ich so warte mal irgendwie. Ja, aber steht da jetzt wieder alleine auf. Da ist noch einer. Schön. Aber beide drauf. Aber wir haben beide raufgehalten. Ja, wie gerade auf. Wir sind einfach ein tolles Team. Das stimmt. Hast du die Waffe auch, die ich habe? Die Marco? Ja, ja. Habe ich auch mal mitgenommen. Mit Expo Money? Äh, ne, die normale. Boah, du musst mir Expo Money mit der benutzen. Ja. Wirklich. Das ist richtig nice. Ja, ne. Ich hatte die Wunsch mal mit. Irgendwie sind die alle nicht gestorben. So sind die gerade mal wenigstens gestorben. So, aber auf jeden Fall nochmal, Dankeschön, Rotte, für die Info. In den drei Wörtern zum Beispiel habe ich auch mal sehr viel Ärger mit Schwitsch gehabt. Weil ich in meinem Trottelband das auch unbewusst gesagt hatte und das nicht wusste, was sie bedeuten. Äh, ja. Ja, gut. Nee, das ist es ja auch, ne. Das meintest du nicht. Aber es gibt halt bestimmte Sachen, die man halt, äh. Da kommt noch wer. Ja, weißt du. Der läuft da hinten. Der läuft unten lang. Ja, der läuft irgendwie weiter jetzt. Ja, da rett noch einer. Ich glaube, der war gerade eine E-Ansicht. Ich glaube, der ist dahinter. Aufpassen. Hat einen Hit. Der ist eine Kutsche. Der ist viel weiter weg. Oh. Der ist eine Kutsche, hat sich, glaube ich, geheilt. Ja, ist hinter der Kutsche. Hat einen Hit. Was? Wie kann der denn gleichzeitig werfen und schießen? Ja, das ist doch einer, habe ich doch gesagt. Ach, okay. Deswegen habe ich dich demarkiert. Ach so, den anderen habe ich nicht gesehen. Nein. Ich bin's. Ooh. Ich bin's. Entfernt? Ich bin's. Der li- links. Ja. Ja, den anderen habe ich nicht gesehen. Wo war der denn gewesen? Der war noch weiter hinten durch. Äh, warte mal gucken. Ah, da. Ah, okay, den habe ich dann nicht gesehen. Schade. So, kurz hier vorschau. Ich weiß halt heute, dass du da sonntags keine Pizzastreams machen. Warum das denn? Ach so. Also deine, weil die, 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 die Frau, äh, keine, äh, kein, kein, kein Stream. Gerade heute macht, oder? Ja, die Tomate ist tatsächlich eine Frucht wegen dem Fruchtfleisch. Wegen des Fruchtfleisches, wenn ich grammatikalisch richtig reden möchte. Marcel? Ich weiß ja. Und das ist auch so. Dachte gerade, du bist irgendwie weg oder so? Im Kopf, ja. Da bin ich, das ist ja auch. 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 I hear the whispers in the wind. Weil die nichts mehr so. So, da bin ich, das ist ja auch nicht mein Kind. Vollends man dann doch. So, da streamst du nicht online. Wie wird's bestimmt morgen wieder ein Pizzastream. Bin verwirrt. Hey, gut, bin ich alleine. Oh, die Uhr ist schon schön. So, ich hab 15.000 Punkte. Alter. ich dachte du wolltest keine anhänger will ich auch nicht aber die uhr sieht cool aus ich will die nur hab ich will nicht dranhängen so gift für herrens mitnehmen warte mal ich guck mal ich guck mal ob ich eine coole poison waffe finde dementsprechend wie wenig die waffen und dings aus warte mal da muss ich ein winfield spiel ok ich hab poisonball ok ich auch warte mal doppelt poison dann vergiss anti gift nicht ich hab anti gift drin mit da haben sich zwei gefunden dann kriegen wir so ein buch mhm ja ich hoffe wir haben trotzdem schönen sonntag gehabt auch wenn das wetter manchmal ein bisschen komisch ist der sonntag ist doch immer noch da ja aber ich meine jetzt den großen teil vom sonntag nicht mehr der kleinen teil ich kann nicht mal trinken und dann lasse ich mich halt verschluckt das sollte es nicht machen rabbit hole ich hab keine Ahnung stehe ich fängst du nicht mit Strohhalm ja warum da kann man sich nie verschlucken das ist physikalisch nicht möglich achso keine Ahnung wenn man halt zu sehr wenn man zu viel saugt wenn man zu viel saugt wenn man zu viel saugt und ja schluckt wow ne ne du hast einfach dann den falschen falschen rohr bekommen dann ja aber ich meine ich wollte grad sagen wenn ich zu viel wenn ich zu viel saug und schluckt was ist das hast du doch jetzt gesagt das ist ein bisschen falsches äh schön dass du eingeschaltet hast mit dabei ist noch Moon & Chat hallo falsch doch die Katze die Katze verstehe ich die Katze guck ich ich kann doch gerne im Ausbus die verstehe ich die Katze die Katze die Katze nein ich hab einfach zu viel getrunken und zum Wassermund gehabt dann wollte ich zu schnell das runterschlucken die Katze 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 das richtig Mann, diese blöde Hive. Geh doch einfach mal kacken. Mann. Ich glaub bei Gorda gehen die Hunde ab. Auch die stimmt immer noch nicht. Die blöde Pumskuh, ne? Der hat ja geschossen. So. Brauch einfach Heilung, bitte. Heilung. Nee, nee, ich seh keine. Habe mich gerade zu Hive Plumsklo genauer sagt? Wenn du das sagst? Oh Gott, verstehst du mir? Oder Plumspiene? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas hab ich gesagt. Die Plumspiene, was ist denn eine Plumspiene? Keine Ahnung. Hier ist Heilung. Sehr gut. Ahhhh. Hallo. Da kommt wer an. Ach, das ist ein Zombie, glaub ich. Alter. Mein Gott. Geld. Ja, ich hab übelst erschrocken. Ich hab nur was laufen gedreckt hier an der Tür. Okay, alles gut. Hier ist noch Geld. Hier ist ne Satteltasche. Oh. Hm. Nee, ich will was cooles haben. Ich hab mir Konsum mit Bill bekommen. Warte, wo ist Geld? Geld. Auf Ping. Die Welt. Nee, dann dann nicht mehr. Ja. Äh. Cool. Ich hab, äh, ja, äh, ja, äh, Koffer bekommen. Ja, jetzt so. Wo ist denn das Geld? Auf dem Ping. Nein. Okay, dann nicht. Nach da. Nimm das. Iron? Ja. Ähm, Goddard? Na, wir gehen nach oben. Geil. Ich hab kein Schlagring dabei. Ich hab Muniboy. Moment, was musstest du mit Gift machen? Äh, Hellhounds und, äh, Enemies. Enemy Hellhounds? Ja. Doch, nicht Enemy Hellhounds. Enemy Hellhounds. Enemy Hellhounds. Also, Frucht ist alles, was den Samen der Pflanze in sich trägt. Beziehungsweise umschließt. Ja, das klingt logisch. Ja, schau mal, das gibt's Sinn. Ich bin grad die Sachen, die mit anderen Sachen durchgehen, ja. Also ist, also ist Apfel auch ne Frucht? Ja. Und kein Obst. Ja, Obst auch. Und eine Orange ist auch ne Frucht und kein Obst. Ja, und Eier auch. Doch. Ja doch, da ist ja beides. Okay, aber Tomate ist kein Obst, weil es nur ne Frucht. Obst und Gemüse bei beiden. Ah, okay. Okay. Jetzt versteh ich das auch. Ich hab's verstanden. Da sind Leute auf was. Echt? Ne, da geh ich doch nicht hin. Da pass ich auf. Dann lese ich mir doch mal den Chat durch. Hm? Pflanzen und schließen. Irgendwas schlägt wo. So. Okay, dann komm ich. Bin hier mitten am Fenster. So. Oh, ich pack mir mein Antigift drin. Sind die ganzen Türen ja offen. Marcel, ich bin beim Boss hier. Wieso das denn? Kommst du auf? Ne, da möchte ich nicht hin. Na ja, hier haben sie den, hier ist, hier liegt der Banish. Wie, die haben noch nicht aufgenommen? Nein. Das ist doch gut. Was willst du denn da machen? Du bist ja da irgendwie dran. Ah, ne. Es hat nicht so gut geklappt, was ich machen wollte. Sehr gut. Dann mach ich den TÜV dazu. Und hoffe, dass bald aufhören zu regnen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, die Person sieht mich einfach eher da oben. Marcel, ich bin hier oben. Bist du oben? Da wird man dich loben. Oder so hier nicht? Ist aber ein Boss drin? Nein, noch nicht. Oder sie dürfen. Ist vergiftet. Hast du Antigift drin? Oh, hier ist ein Umschlag. Hm? Ja, hab ich. Oh Gott, der Kleine kommt. Der Geile? Der Kleine. Achso. Danke. Hast du eine Decke gesprungen? Oh, die haben sie rumgebracht. Nö, das waren die. Oh, danke. Die haben noch die Tür zu gemacht. Aua! Danke. Danke. Brennuhr. Haben die mich pushen? Sind da oben einer. Ah! Unten! Ne, unten ist doof. Einmal getroffen. Die Tür ist da oben. Hör auf. Die Augenbrauen juckt. Deine Augenbrauen juckt. Meine Augenbrauen juckt. Hör auf! Die Augenbrauen juckt. Hör auf! Ja, ich... Ich reib mich grad an meinen Kopf, äh, auf mein Mikrofon. Deine Augenbrauen juckt. Hör auf! Hör auf! Hör auf! Ich hab Stress! Na, Augenbrauen juckt. Du guckst mir die Sachen an. Das als hör. Ich hab Stress! Hör auf! Ich hab Stress! Ach. Kann ich... Was ich hören? Wird alles gut ab. Ich hab Stress! Was ich tief in? Was ich raus? Was ich zurück? Tja, Tja. Hey, Marvin. Er wirft. Wie der wirft. Wirf zurück. Mach da mal die Mücken hier weg. Das ist doch Kackvieh. Alter. Unten, unten, was ist denn? Unten, Aua. Ja, unten, Aua. Ja, ist vergiftet. Ja, unten, Aua, rechts, Aua. Ja, was soll ich denn Aua sagen? Was soll ich denn? Aua. Hast du dich geheilt? Das war Heilung. Aua. 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 Stopp, Alter. Aua. Ich brech ab, ey. Aua. 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 So, ja, Mensch. Ich kann mir nicht mehr smile. Unten, Aua. Aua. Jetzt muss ich wieder an die eigene Gifte denken. Hier. Oh, Gott, ey. Aua. Diese leichte Panik in der Stimme. So. So. Was sollt, Aua, ich werde nicht mehr. Du reibst dich ein Mikrofon und hier ist mit mich besser, was du sagst. Ja, meine Augenbrau hat gejuckt und ich musste die ja irgendwie, äh, ja. Oh, Gott. Marseille und... Aua. Aua. Du bist ein Pfeil für Twitch-Tips Germany. Oh, ja. Marseille. Kann da jemand mal einen Clip von machen? Ja. Ich muss mal eben kurz den Dings einfügen. Marseille und ein Aua. Was? Ich rüchel vor Lachen. Warte, ich zeige gleich nochmal einen Clip, wie Jess gemeint hat mit dem Aua. Du machst davon gerade einen Clip? Nee, ja. So weit, Jessica. Oh, Aua, da und da. Ich meinte... Hä, wo siehst du da? Den ich dir gerade geschickt habe. Den zeig ich nur gerade im Stream. Ach so, ja. Da. Oh, Aua, Aua. Ah. Ja, also wer Bock hat, ne, kann gerne einen Clip davon machen. Oh. Die Alpen ist keine Frucht, weil die Samen außen sind. Sondern eine Steinfrucht. Marseille unten, aber. Wie ist das aus der Gruppe raus? Ich habe dich eingeladen. Nee, erzählt nicht. Guck mal, was kann ich, was kann ich sie können. Ich habe davon null an und meine Frau schaut das mit mir immer samstags. Das ist ein Ritual. Du Armer. Okay, aber ich brauche einen Clip davon. Ich habe einen Clip von mir. Ja? Danke. Klar. Auf deinen Kanal oder auf meinen Kanal? Ich bin bei Ralle. Heim bei mir. Äh, ich gehe davon aus, du brauchst immer noch Gift, oder? Ja. Ach, ich habe schon wieder in der Marco gekau. Ja, warte mal, habe ich jetzt was ich gesagt? Levering und Finning, darf man das? War gar nicht Glück, weil wir waren doch richtig. Ich bin. Ich mache jetzt, ich gehe auf meinen Kanal und mache jetzt noch, ach nee, ich mache später. Bei dem Aua wären Schmerzmittel hilfreich. Ich mache nachher einen Clip davon. Ich bin cool. Du hast Steinfrucht statt Scheinfrucht gelesen. Was? Nein, Mohn. Frucht hat nichts mit Obst und Gemüse zu tun. Obst und Gemüse ist eine Kategorierung, die sich gesellschaftlich entwickelt hat. Und Frucht, ein botanischer Begriff. Ganz ursprünglich war der Unterschied, Obst kann roh gegessen und Gemüse muss gekocht werden. Was heute so natürlich nicht mehr stimmt. Und die Erdbeere ist keine Frucht, weil die Samen außen sind, sondern eine Scheinfrucht. Da ist kein Tee in dem wo. Achso. Okay, dann halt nicht. Eine Scheinfrucht. Da scheint nur eine Frucht zu sein. Ist das dann wie bei, wie bei, wie bei hier, wie ist das nochmal? Ähm. Hier, Lummerland? Da gab es doch den, da gab es doch den Scheinriesen. Aua. 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 Durch Klippi hab ich Asche kennengelernt. Du hast durch Klippi Asche kennengelernt? Wer ist das? Sehr gut, Krimus. Das freut mich. Frag doch noch. Ja. Ja. Du hast das Klippi. Ja. Wenn du in einem Satz schon zwei Fragen hast. Ja. Ich hab keine Ahnung. Oder meinst du durch Twitch Clips Germany? Weißt du nicht Stream Clips? Ja, Stream Clips Germany. Ein Fiebertraum ist Asche. Was ist Lummerland? Ja, hier, ähm, Zoom Knopf. Ein Fiebertraum ist Asche. Ich hab mir so einen Fiebertraum. Och. Und ein Aua. Und ein Aua. Wisst du, dass ich bald bei den 400 Followern angekommen bin? Meine Fresse. Ey. Was ist das? Na, 385. Seh ich gerade. Da kurz hin. Und immer so, what? What? Da, 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 da. Da, 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 da. Ich hab nicht mal gedacht, dass mir irgendwer folgt. Hätt's nicht angefangen, aber das ist real. Ja, ich musste ja, sonst hätt ich ja nicht gesehen, wenn er Dark Souls spielt. Oh, Halle hat einen Clip gemacht. Du nervst mal deine Frau. Viel Spaß. Du musst ein paar Leute nerven. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir machen jetzt noch einen Mohnen-Chat. Hallo. Hallo. Danke dir, Halle. Danke, Halle, für den Clip. Unten. Aua. Für den Follow. Für den Follow? Ja, der will seine Frau nerven für den Follow wohl. Ach so, oh mein Gott. Nein. Oh Gott, ich sag nichts mehr. Das ist unangenehm. Wie oft brauchen wir denn hier noch? Ich weiß es nicht. Nee, nee, nee. Ich nerf meine Frau für den Follow. Nein. Ich glaub, da brauchst du nicht erst deine Frau nerven. Alles gut. Ich hab das einfach nur gesehen. Oh, hier, um das Spritzen. Spritzen. Jetzt haben wir die gleiche Waffe. Da wollte ich gar nicht hin. Schnurrchen. Da geht schon wieder Hunde ab auf Freidresse. Ich hab ihm nie ein Follow. Oh Mann. Dankeschön. Ich hab aber leider nichts zum Spritzen kaufen. Ich hab mich auch nicht. Ach, mich hingefest. War zu schnell war sie. Vielen, vielen lieben Dank. Oh Mann. Sie guckt bestimmt immer heimlich zu. Wirklich, danke schön. Hallo. Das ist eine YouTuberin, die sehr vulgär und schamlos ist, sein kann. Und die mag es so sehr gern. Können Sie sagen, dass Sie jetzt hier rüberkommen? Ich muss mal eine Wadlist. Ich muss mal eine Wadlist machen. Hallo, Fia. Wie geht es dir? Hallo, Fia. Ich hab schon ein paar Runden handgespielt. Ähm, 60. Pferdiviren. Ja. Können Sie da natürlich rüberkommen? Was ist das? Was? ich keine ahnung wo die sind mann vier mann vielen vielen lieben dank für dein prime dankeschön mag in humor der aber auch manchmal für mich zu weit geht ich war noch ein bisschen gespioniert spioniert so wo sind hunde du musst die hunde haben mit gift einfach oder mit gift hast du bei ja doppelt bis wir ins bett gehen war doch sehr aufregend im positiven das freut mich doch sehr das freut mich sehr zu hören wo die schön aus naja das ist wichtig das hat kaputt gegangen das ist irgendwie komisch ne lesen und hören uns die lesen und hören uns lesen und hören uns den abend noch boost dankeschön fürs reinschalten bis zum nächsten mal tschüss schönen restwochenende ist wieder in jemanden aber ich hab da gerade raben gehört da hinten wo ich ihn gepinkt hatte hier ist ein blut ja hab ich auch gehört na kann ich noch irgendwas ja interakten hier wird es mir gerade zu ruhig ja ich bin natürlich habe ich ihr kopf nicht getroffen wo muss sie die auch haben hier war schon wer ja gut wir haben gerade die rahmen gehört wir können zur kutsche und dann weiter das war nicht deine rahmen ne auf 195 210 ja ok ja da sind auch am chicken am öhm die höre ich auch oh ist ein paar wind den nehme ich mit ich öffne mal die dings hier kannste alles mitnehmen ne eins kann ich nicht mitnehmen ja sweetbell sind die wir müssten aufpassen den aden hat ne noch gerade irgendwo aden richtung was gehört ja wenn sie bestimmt jetzt rüber kommen hab das feedback das ist ja wohl auch die mitte ist scheiße hab ich nicht gehört was hast du gehört ich hab die enten nicht gehört vor uns sind irgendwo hunde ach ne doch nicht na natürlich sind da raben lasst die schmerzen ich habe habe das 2 das war ich noch wo ich hab das Ja, wie kommen wir da jetzt am besten ran? Von hier aus glaube ich auch weniger. Ja, ich würde hier... Ach, hier sind aber auch... Ja, da ist halt auch ganz schlecht, weil da auch die Mitte ist. Die kämpfen da aber gerade. Ja. Das ist auch überall richtig beschissen. Jetzt müssen wir mal näher ran. Jetzt stimme ich offen. Ich glaube, hier sitzt einer hinter der Tür und hat gerade ausgeholt. Vorpassen, du bist da alleine, ne? Ja, der ist hinter der Tür. Jetzt nicht mehr. Oha, natürlich blieb ich hier. Die Tür ist offen. Wie ist er denn da? Der Boss-Clo ist bei mir, direkt. Mhm. Der liegt noch, okay. Hast du den geholt? Hier ist niemand. Hier ist niemand? Okay. Nein, hier ist niemand. Da hat ja gerade einer was geworfen. Wo ist denn der Typ, den du... Nicht, dass der aufsteht? Unten... Unten rechts in der Ecke. Wenn der... Vor dir... Ja, nicht, dass der aufsteht, der Lümmel. Ja, dann... Dann legst du den mal und dann renn ich den ab. Na warte, ich kann den auch so anzünden. Brusten nicht mit dem Feuer, Dings. Kannst du lieber verwahren und Feuer. Ich hab die extra hier. Warte. Ich hab zwei Stück davon. Ja, ist ja egal. Verwahr die. Ja. Gucken, ob wir noch was in der Mitte absnacken können. Ja, wir sollten trotzdem mal eben kurz warten, glaube ich. Okay. Können wir gucken, ob wir noch jemanden sind. Ich sehe halt aber niemanden. Und der... Die Mitte ist hier in der Nähe. Ich hab Angst, dass der halt hier wieder aufsteht. Ja gut, dann bleib kurz bei ihm und ich schau, ob da noch Punkte sind. Ja, ja, geh mal gucken. Ach, natürlich. Ah ja, die hat niemand sich geholt. Gibt mir Schuss auf dich? Nö, nö, nö. Ich hab, ähm, 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 grunt gefüllt. Oh, ich hab Hunde, wo seid ihr? Ja. Ich hab, ähm, grunt gefüllt. Okay, steht der jetzt irgendwann eine Sekunde vorher wieder auf, oder? Der zweite ist Ironworks. Ist da sonst noch irgendwas mit zum Mitnehmen in der Mitte für Punkte auszugeben? Ich hab noch zwei. Äh, ja, nur Money, äh, dann Experience. Gibt's auch Spritzen? Nö, leider nicht. Deswegen hab ich jetzt einfach für eins, äh, den Master-Clue genommen, um zu gucken, wo der nächste Boss ist. Okay. Na gut, find's fertig. Hä, mein Gott, da ist einer! Ja, hör ich. Seh nur noch nix. Versuch wegzukommen. Ich seh, ich geh, scheiße. Ja. Genau dann, ne, die ganze Zeit, ist da niemand. Ach. Das ist so ein Solo-Player. Ja, ich weiß. Der ist direkt auf 150, laut Geräuschen. Mhm. Und ich weiß auch nicht, was du zu meiner Leiche rennt. Los. Nice. Okay, hol mich ganz, ganz schnell, weil... Ja, ich weiß. Der steht wieder auf, bestimmt. Hat noch was gehört? Ich weiß nicht, ich kann grad das mal zu dem hin. Okay, ich hab nichts gehört, das ist clear. Okay. Der hat mir einfach noch mal ne schöne Waffe, boah. So, ich zünd' den mal wieder an. Und auf den Nächsten warten. So. Was nervig ist, wenn man so lange wartet, dann kommen die irgendwann zu einem. Mhm. Ich hab keinen Bock, dass der da wieder aufsteht. Weißt du, was? Ich geh da rein. Also, für alle, die das vielleicht noch nicht wissen, gibt's mittlerweile einen neuen, äh, Trade, äh, also, ne Trade-Erweiterung von Necromancer, dass, wenn du als Solo-Spieler den Trade hast, so oftmals aufstehen kannst, wie viele Balken du halt noch hast. Und damit er das nicht tut, und uns von hinten so ein bisschen wegsnacken will, müssen wir den kurz abtrennen lassen. Ich hab schon oft so toll zum, wenn wir deswegen gestorben sind. Super ätzend. Super nervig. Ah ja. Hast du den im Auge? Ja, aber nicht so sehr, dass, wenn mir nicht wehtut, ne? Super, so weh, was den Auge zu haben. Ich fliege da mit Marvin rum, gucken, ob irgendwer ist. Weißt du, damals noch, als du Marvin getötet hast, und deine Kinder waren komplett traurig? Das ist so süß, auch was für Geräusche der macht. Fällt da so ne verstopfte Nase. Ja, wenn der, wenn der Platz getrunken wird. Aber ich wollte Marvin mitnehmen. Oh. Die Kinder sind jetzt weise, weißt du schon, oder? Die Frau wartet die ganze Zeit jetzt noch auf den Zuhause. Boah, Marcel, du bist so ein Arsch. Zwölf Kinder und die arme Frau alleine jetzt. Mann, ey, sowas, sowas nimm ich auch so ein bisschen mit. Das ist unfair. Ich weiß gar nicht, ob du das wirklich sowas... Stell dir einen Hamster vor, der aussieht, als hätte er was anderes im Gesicht. Was sollt ihr sonst im Gesicht haben? Ich weiß nicht, ich muss Ralle fragen. Ach so, den. Hast du was gesprengt? Ja, fake. Äh, nicht fake. Ich hab fake gesprengt. Gehen wir jetzt rüber zu Ivan? Ja. Okay. Oder willst du den Boss nicht machen? Ja, weil da hinten so komisch rumräumst. Ja, war ne Kutsche. Die hab ich mir genau... geschnappt. Und war da was? Ja, Moni. Ja, die möchte ich nicht. Oh, mein Gott, diese blöde Haie. Was war das denn? Ich dachte, die wird jetzt angezündet. Oh, ich seh grad nix. Ich seh nix. Ah, kann das mal wieder aufhören? So. Sonst gibt's hier nichts, ne? Ja, nichts. Dann los zu Ironworks. Aber das ist noch kein anderer, den irgendwie gebanished hat. Da sind aber keine mehr da. Weiß ich nicht. Oh, ich seh nix jemanden. Ich hab noch eine Sekunde. Ich hab noch zwei. Mir fehlt nur noch ein Hund. Den werden wir aber schon finden. Oh, mein Gott. Ich find die immer so hüpfen, ne? Ja. Na? Ralle. Oh, yeah. Wenn man halt auch noch weiß, was du da siehst, das ist da schon dankbar. Der Ralle möchte da am Hamster, die Tränen wegsch... Was soll da? Ich weiß nicht. Ansonsten dieser Kombination. Oh, warte mal. Ist der wer? Na, ist groß. Oh. Ähm. Äh. Ah. Das Pferd ist eingefroren. Nein, jo. Ähm. Ihh. Guck mal, die Augenäpfel. Hä, darf ich nicht? Ah. Das ist bitte Pferd. Ajo. Oh. Mein Gott, ich bin blöd zu schießen. Na komm, baulich hin. So, ich muss nachladen, drei Stunden. Baaah. Weg, weg. Ja. Ich schlechte mich an. Ich lacht nicht. Schreib mich nicht. Echt? Wie mir auch. ich weiß wie mich auch so der kommt nicht so toll wo ist eine kasse wenn sie da und es hat folie waren sie noch weiß wo ist die kasse ja war die da drin ja sehr gut ich sehe niemanden da oben ist ein train habe ich doch richtig erkannt warum ist das am trinken magpie da gibt es noch mit windows mit der kann man reingucken wann ist das denn so wieso geht ja manchmal die rechte im aufsatz sind ich oder wasser geld auch mit genommen naja keine tränen er trinkt meine tränen da war eine falle muss aufpassen ich bin gerade selber reingetreten was versuchst du da kommst nicht durch hey du darfst nicht vorbeilaufen hey ich bin Türsteuer das geht nicht lasst nicht abhohren das giltet nicht das gilt gilt nicht nicht giltet nee das giltet nicht das giltet das giltet ich bin vergiftet soll warum hast du kein anti-gift drin hä boah ich nicht hast du denn anti-gift drin nee ok warte aua was denn warum hast du kein anti-gift drin packen nee jetzt nicht bin ich am stream äh bei wurset ich hab keine müdigkeit ich traine ich traine ich traine ich traine richtig am uptraine ich traine ich traine Ich zieh' sich in den Gebüsch. Da ist nix. Kommen Sie? Ja. Ich warne Sie. Gehen Sie. Du, du, du. Geil, Muni. Uh, noch mehr Muni. Da schießt wer. Warte, ich helfe dir. Aume fährt. Ja. Ach. Ach, der fährt nicht verdient. Boah, ich hab grad so eine Mütigkeitsphase. Ist doch schrecklich, ey. Ja. Oh je. Ui. 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 Guck mal, da liegt eine Patrone jetzt von mir. Oh. Was ist n Loch? Du hast n Mücken am Korb. Guck mal, wo zwei? Ich glaub' ja. So. 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 Ist ja. So. 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 In the last stand of the Hunters, in the face of fear, with their backs through the wall, their intentions clear. In the last stand of the Hunters, there is all machine. In the last stand of the Hunters, a testament to their might, in the darkness of the bayou, they make their final fight. Do you still have a gift for the Hunters? No. I'll take the mark again. Let's do this. Yeah. It looks good. And now... The Lantern, The Great King and... Boss Slayer, eh... Boss Slayer. Boss Slayer. Okay, now. No. Crossbow and Winfield Slayer, there is no... Nee, hab ich auch gar nicht wohl. Aber die Marco find ich echt richtig cool. Also ich mag die gerne spielen. Stimmt, die macht echt Spaß. So, habt ihr einen Platz 3 oder was? Weißt du? Haben wir einen Platz frei? Egal. Ja, also jetzt sind wir jetzt schon in der Runde drin, aber danach. Oh. Also, ja. Danach sehr gerne. Ja. Ja. Was? Nein. Leia. Was? Das war ganz gut, schon. ich kann dir also nicht wenn du willst kannst du auch schon mal hier unten in dem panel also nicht in dem panel sondern unter dem stream erstmal die stream info und der link discord link sollte eigentlich funktionieren zu schon mal bei mir in discord rein und dann können wir gleich geben sie nicht freuen dann ist nur zu wissen wichtig zu wissen vier ob du ob du streams oder nicht und nicht ok dann wirst du so hinzugefügt bei mir kommt an der kosten zombie was komisch ja manchmal fühlt sich an als ob es die mikro ruckler sind aber irgendwie ganz komisch ein mikro ruckler ich weiß nicht ganz schlecht beschreiben da wird rumgeschlabbernd ich hab hier schlabbert diese ja keine ahnung es wäre auch viel zu schön ich hab hier das geld ich wollte es ja nicht aus der bild tatsächlich nicht gesehen da brauchst du ja auch nicht du hast ja so viel Wo ist denn das Geld? Du hast es doch angeguckt, du schaltest aber vor. Ja, entschuldigen Sie. Nee, das ist nicht das Sonderzug. Wo ist das andere? Hier an der Ecke. Nee, das liegt, glaube ich, da. Na, da. Na, Gopilo, danke fürs Reinschalten. War gut. Und noch ein schönes Rest-Wochenende. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Den alten Mann habe ich schon mal gesehen, den kenne ich immer wieder. Ich habe übrigens die Bilder gesehen von deinem Auftritt. Ja, voll cool. Das ist der von Dragon Ball, der ältere Typ. Ja, ja, genau, sag ich ja. Habe ich schon mal irgendwo gesehen, da. Ja, ja, der ist gemutet, Roshi. Der soll das nicht mal entmutern, hört man den auch. Ja, nee. Das ist richtig. Aua. Aua. Oh. Danke. Ich brauche Heilung. Brauche Heilung. Mhm. Ah, guck mal, hier ist Heilung. Guck mal, wie nett. Warte, wo lag denn? Ach, hier. Ja, aber im nächsten Mal kommen wir schon wieder mehr. Ja. Bei mir ist es ein guter Gig, aber leider wenig Leute da gewesen. Aber naja. Irgendwann kommen wir auch. Genau. Sag einfach Bescheid, wenn du bei uns in der Nähe bist. Also, meine Diven. Äh. Ja, das sind die ganzen Sachen verschwunden. So. Ja. Ich hab keine Ahnung, ob man das so singt. Okay, die sind alle wühlt geworden Oh, der ist wühlt Weg da! Weg da! Weg da, sagt die einfach So, Pitcher Oh mein Gott Alter, Elton Geht hier ab! Hau ab! Voll an, lauf da rein! Nee, nicht sie! Da ins Feuer! Die guckt einfach nur Ja, komm Ja, komm Ja So So Ich brauch Muni Abwehr bis nach Hawaii, komm! Mein Gott, hier komm ich hier nicht hoch Komm da hoch Oh, die Mitte ist ja hier gleich Hier oben ist ne Kasse Hier oben sind zwei Kassen Oh nein Was? Ich muss jetzt zwei Kassen Weil ich muss den Speedjob machen Hä, wie geil ist das denn? 75 und 500 Was? 75 und 5000 Und ihr Schrift Das widerspüren ich mal Echt FPS-Anbruch hat Äh, ja gut Das brauchen wir noch weniger Da gibt's sowas Spritzen gibt's ja keine Nö Toll Weißt du was? Na komm Da kann ich den Punkt auch investieren Da gibt's nochmal 30 So drauf So, let's go Natürlich Das sieht ja spannender aus Sag ich nicht lang Brenn mir jetzt einen Balken weg Brenn den Balken weg Brenn den Balken weg Hey Hey, ich bin ausgespürt Ach hier ist Special Money Na, verwundernd Aua Die Aua Ja, ich wurde schon angeschossen Ja Ich seh den halt nicht Doch, äh, rechts neben dem Zug Aua Das Ficarino hier Links neben dem Zug Eine ganz schlechte Pose hier Ich muss mich mal eben heilen Irgendwo schießt noch jemand Als ob der Spaten mich dadurch sieht Oh, die Punkte ist geklaut Aua Da kommt der vorne geworden Ja Ja, rechts aber neben mir auch Einmal getroffen Sehr gut Hat einen Hit Links neben dem Zug Der andere rennt hinten weg Hat einen Hit Das ist ja gut Das ist ja gut muss man kurz herunen Eine deine Zeit sind manchmal links da sind irgendwie drei oder so keine ahnung ja ne klar hallo olina wie geht's wie geht's Ich muss doch mal ein Diskur Alter Ist nekst du dann, ne? Ja, bis gleich Bis gleich Hallo, hallo Hallo Alles klärchen? Auwa Hallo Was denn? Ja, alles klärchen So, erstmal wie ihr Weißt du, einfach vier Sorgen? Ja Du bist neun Kann man so sagen Jawohl Ich habe 40 Stunden Guck mal, da geht doch schon Was für ein Bild hast du? Ähm Ich schick dir meinen Freundescode Sonst findest du mich nie Ne, weil da sind einige Warte Äh Ähm, ich mach mich da mit. Ich hab grad nicht so gut gefühlt oder nicht? Ja, ja, ich bin offline, warte. Ah, okay. So, jetzt. Oh mein Gott, ich baue hier ganze Setup grad auseinander. Jetzt noch nicht. Oh je, warum? Ich hab noch recht gespielt. Ich auch nicht. Musst du noch ein bisschen warten? Möchtest du eigentlich mal Nach-Loot mitnimmst? Ja, glaub ich auch. Lass auch mit, ja dann ist gut. Oder? Ach nee, ich bin ja gestorben. Okay. Ich hab noch keinen neuen Hunter-Heist gesucht. Nee, du müsstest. Ja, ist gut, hab ich. Ich hab auch eine Gruppe. Ach, was soll der Geier? Ich hab jetzt sehen. Das heißt, was soll der Geier jetzt? Aber ich will jetzt auch kein Tutscheißer sein, ne? Ja. Was soll der Geier? Der gute Alte. Der Jute. Ja, weil der Geier, Volscha ist halt Geier. Ach so, der Geier. Sollte eigentlich ein witziges Wortspiel sein. Ja, war bestimmt verabsichtigt. Ja, das war absichtigt. Hat's die Muschul jetzt auf Probe rettet? Sag mal. Kannst du durchstreichen im Heft jetzt. Ist nochmal abgehakt. So, nix. Ach, warte, vier Sonnen wollte ich ja leiser machen. Der war ja was. So, erstmal wieder klarkommen wir auf das Game. Ach, das kommt. Das kommt. Gucken. Gucken nochmal. Ach, gucken. Wenn ich jetzt viel Sonnen leiser mache, dann höre ich dann kaum. Sag mal, was ist mit meinem Discord? Hört ihr mich da? Ne, mich hört ich nicht mehr. Moon, hallo. 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 Hallo, ist das Ding an? Hallo. Hallo. Mich connectet sie wirklich. Kann das wirklich nicht. Nein. Hallo. Ne, komm zu. Oh, jetzt habe ich eine Gegengipsspritze vergessen. So eine Scheiße. Egal. Kannst du wohl schon mit einer Runde rein? Ich weiß, dass ihr mich noch gehört habt, aber irgendwie ist mein Discord komplett grau gewesen und keine Ahnung, hat sich irgendwie aufgehangen. Das spielt bei mir aus wie ein Fußnagel. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Warte. So. Oh ne. Oh Gott, was ist hier schon wieder los? Oh ab. Was ist das? Alles klar. Hab mich geopfert. Ähm. Ich guck in den Spiegel. Ich guck mal kurz. Wir haben jetzt auch mit einem Anker durch die Gegend. Ja, Hilfe. Kehne sie. Ich warne sie. nachher heilung jetzt bitte zu schnell sein sollten einfach bescheid sagen ich kann sagen dann rennen wir schon noch der boss ist ja es ist obst und haus das richtig event also es hat ein event und das event punkte wirklich ist hier heilung die brauche ich jetzt noch mal nachschub ich kann mal kurz rein und brennt den brennt dem was schon mal an sind an den aal richtig angezündet hier oder ist ein fass oder wird so schön wenn er den fass sich aufbauen würde vielleicht will ich da nicht gerade drauf ich suche an der fallen der falle ich weiß so ich fasse in die falle gelatscht ja also aufpassen wir packen immer an den türen fallen hin also einfach damit die nicht einfach hier reingestimmt kommen ich würde auch nicht mal davon abgehalten werden ja noch ein paar ich habe noch so gut ich habe noch vier stück dann können sie austoben ich muss halt auch komplett fri ja ich komme hier oben hin und dann kommt ja noch Nein, dann habe ich hier für keine Falle mehr. Boah, die wurde wohl, glaube ich, gepult auf 2,55. Oh mein Gott, hier ist eine Falle. Ich bin erschrocken. Hey, Windsmill. Ja, Windsmill. Was ist das? Wir können gleich rausrennen. Oh, 210 wird geschossen, also weeping. Ja, die auf 300 kämpfen, da sind noch ein bisschen weiter weg. Also, wir können einfach raus. Sehr gut. Ja. See you. Wuuu. Watz. Du, 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 du. Ich bin schon wieder zwei Quests fertig. Geil. Da das Event, was es noch läuft, geht neun Tage oder so. Ging jetzt fast zwei Monate. Ich hoffe, dass bald ein Update kommt. Das war jetzt die neue Engine, ne? Ja. Ja. Oh, wir sollten weiter. 285, der ist immer noch unterwegs hinter uns. Die wollen nämlich auf Unreal Engine 5 upgraden. Weißen die nicht auf Unreal Engine? Das wäre schön, ja. Die nehmen doch ne neue Version von der Unreal Engine. Wollte schon sagen. Ach so. Das wäre schön. Das wäre ein anderes Spiel. Ne, ist ne neue Version. Ja. Aber ich dachte, die wollten da auf Unreal. Es gibt so viele Spiele, die einfach auf Unreal Engine 5 upgraden. Deswegen dachte ich gerade, Hunt gehört auch mit dazu. Ne. Alter Hunt wäre so heftig, wenn es nochmal Unreal Engine 5 ist. Generell schon so krass die Grafik. Ich bin mal mit dem. Gott, ich bin mal mit dem Update gespannt. Oh mein Gott. Äh, die sind sehr nahe. Ja, versteckt euch einfach. Aua. Oh Gott. Ja. Schön. Ich hab den extra getroffen noch, aber der hat halt trotzdem reingehalten. Aber... Diesmal hast du sie sogar... Diesmal hast du sie sogar extra getroffen. Diesmal hast du sie sogar extra getroffen. Schließt du die sonst nicht extra ab? Nee. Sonst schließt jemand dran vorbei. Aus Versehen getroffen. Schade. Hab ich die aus Versehen wieder getroffen? Nee. Nee, so mann ist es nicht. Hä? Mann! Also... Hab dich jetzt aus Versehen sogar mal getroffen. Schiet. Hä? Schieß immer... Aus Versehen schießt die immer rum rum. Schießt die immer an. So ein Hedgehammer. Okay. Schade. Schade. So ein Hedgehammer. Und auch noch rum hin. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Zwei Punkte wieder durch. Oh man, was? So, hat er ja Spritze. Oh man, ich starte mal irgendwo, sag mal, ein Game neu, muss man halt mal einladen. Okay, oh wow. No, man läuft jetzt jetzt das Screenshot weg. Ja, welches Screenshot? Von der Doppelkasse. Oh. Du hast ja gemacht ein Screenshot, ne? Nein. Schade. Schade. Aber guck mal, du kannst das ja im Stream, weißt du? Das ist ja im VOD und dann kannst du das fotografieren. Mhm. Mit dem Handy. Polaroid. Ich mein's auch mit Bane. Abtauschen. Ja, richtig. Einfach Moniton-Zettel legen oder du? Oh man. Ich hab da zwar nicht ein Screenshot gemacht, ne? Toll. Ja, danke für dich. Aus Versehen. Aus Versehen will da kein Screenshot kommen. So. Top-Tool-Dop. So, Top-Tool-Dop. So, so. 2.895 Stunden in Scum. Ja, auf den Account. Hä? Auf den Account. Hab nach zwei anderen in Scum. Na wo? Okay. Warum auch nicht? Die war schon voll. Die Anzeige ging nicht weiter bis 9 anfangen. Da kommt Stattel schon. 1. 1. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 2. 3. 2. 2. 3. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 5. 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 6. 6. 6. 7. 8. 8. 8. dann kann das ist noch ein umschlag was ist hier los so jetzt wieder 17 konstante 40 macht auch keinen spaß 21 habe ich aber bin ich nicht anders gewohnt mit kabel internet ist halt schnell aber der pink ist halt kacke nachbarn du hast mit dem möglicher teil muss das soll doch mal die vielen nachbarn du hast dann die geschwindigkeit runter geht und dann abbrüche und so da ist was auf 90 ja die sind da da ist tot einer ne doch nicht war ne lüge hat aber nen hit ja ich glaube die ist im vorraum 45 sind es mindestens zwei 45 40 ja aua ach da der am brennen ist der halunke ich warte jetzt noch mal bis ich vorbereitet bin ja ist ja immer noch einmal eingangstür ist tot er ist tot einmal getroffen ist jetzt da runter gesprungen wer ist der denn noch ist der hier raus ist jemand rechts neben uns oh ne es sind zombies alles gut mein gott bei mir ja versuch auf einer seite ruhig durchzukommen oh man rollt weg da weg der wirt was das ist für ne reichweite bitte bei mir ja als ob den er verbrennt dieser mut noch verbrennen meine güte danke so dann machen wir den mal eben hier kurz dass sie nicht brennt oder schnell auch so brennt nicht also können wir loten ich hab nachluten ich hab nachluten ach so hab ich auch ich hab nachluten also ach haben wir alle ja dann looten wir einfach durch dann looten wir alle Junge was klapperten hier so erst mal erzählen aber schön gespielt ja schön gemacht so jetzt mal gucken wo der andere Typ jetzt nochmal da ist oh das ist ausgebrutzelt schon glaube ich einer ist ja aber noch ne ach hier ist Nachschub oder einer müsste hier noch sein das waren drei zwei ich hab nur zwei der eine ist noch reingegangen und zwei waren außen dann versteckt er sich nur irgendwo ich bin grad schon mal durchgewandt könnte das da gewesen sein den wir zuletzt gekillt haben also der war der war nackt also nicht nackt aber der hatte nur so ganz normale Sachen an da ist nochmal Nachschub ich hab bis jetzt auch keinen wieder gesehen gehabt bei mir ok hier hinter dort ich weiß nicht von mir ist da was ja lass mir in Ruhe du Kackfett ich kann das grad nicht ich kann aber Dynamiter reinwerfen ich hab ihn der ist hier der ist komplett schwarz angezogen ja hat nen Hit ist links um die Mauer rum zweiter der ist hier der ist hier oh mein Gott das ist so gut ähm es sind mehrere war schlecht einer ist irgendwo hier oder ja ich hol dich hin der ist dort oh Gott in der Kich äh oh nein der wurde irgendwie wieder und wer ist denn jetzt wo dort der ist irgendwo hier der ist irgendwo hier oh ich hol den Punkte oh da ist noch einer oh Gott Hilfe scheiße das ist irgendwo regenerieren der rennt mit doppelt Pistol rum einer sind ins Haus rein oh mein Gott mit einer Treppe ja soll ich ihn mit Nik holen warte mal hol ich ihn mit Nikro ja wie gesagt wenn du ihn aufhebst 3 2 1 jetzt hier geh in die Ecke so was kein Life mehr war der ist da der gibt mir sofort ein Headshot als hätte der irgendwie keine Ahnung was für ein Aim-Bot an oder so what the fuck danke alter was ist das ich hätte instant immer nur ein Headshot weißt du von wo? hier ja 15 scheiße die haben sich so aufgeteilt hinter mir hier ist auch noch einer oh mein Gott ohhh da passiert was paar Beine sehr gut ich hab nur noch einen Balken aber ich hab den pack das heißt ich kann gleich mal einen Lebensbalken wieder auf das kommt noch einer an ich muss den mal kurz looten mal nachladen hier auch wenigstens mehr als einen Lebensbalken so weiß noch nicht von wo der gleich kommt wisst ihr ungefähr wo die liegen? seitdem der den nicht aufhebt einer liegt der ist irgendwo hier höre ich was hm wo ist denn? wo ist denn? wo ist denn? Ich glaube, der hat einen Schuh gemacht. Wir looten die gleich und dann ziehen wir die an. Zwei müssten tot sein, ne? Ja. Außen liegt ja auch noch einer. Oh nein, nicht, dass er den holt. Dürfte nicht, der ist direkt hier hinter der Mauer. Du konntest den anzahlen, wir haben den beide schon gelootet. Achso, den ja, dann zünde ich den ja im Weg an. Er ist da! Ah! Ja, da will er einen Kollegen holen. Ist da hinten? Okay. Mein Gott. Hat einen Hit? Ich sehe den gar nicht. Der ist da hinten auf... Der ist da drüben. Ja, der ist da. Der hat einen Morty gepullt. Ja. Der hat einen Morty gepullt. Ja. Nee, ich glaube, der kommt gleich zu uns. Mhm. Kurz auf die Fresse. Von mir steppt. Hat einen Hit. Der ist tot. Schön. Sehr gut. So. Was war's, dass wir mit Leuten aufheben? Ja. Zwei Balken nur noch, ne? Ja. Ja, das Geile ist, wir haben den Pakt Peacekeeper. Also, du siehst ja links so ein komisches Kreis mit 0 von 4 vielleicht oder 1 von 4 oder 2 von 4, je nachdem wie viele Punkte du gesammelt hast. Mhm. Ähm. Ähm. Du kannst dir, auch wenn du 0 Punkte hast, dir an der Kutsche so einen Pakt holen. Und wir haben zum Beispiel Peacekeeper. Wenn du einen Spieler getötet hast, dann kriegst du und den Loot ist, kriegst du einen Balken wieder. Hier ist noch einer. Ja, hier kannst du erst... Das ist halt richtig praktisch. Und hier vorne kriegst du den Peacekeeper dann. Also, das ist halt richtig, richtig cool. Weil jetzt hab ich wieder, ähm, vier Balken. Fehlt zwar noch einer, aber... Ich hatte wieder vier Balken und ich hatte vorher eins. Deine Mitte. Genau hier. Ach, war das gar nicht Peacekeeper? Ja. Naja. Naja. Ich wusste jetzt aber auch nicht, wie der ist. Mhm. Natürlich haben die hier schon Special Ammo genommen. Zum Glück habe ich keine Special Ammo. Das ist doch so eine große Kiste, wenn du Special Ammo baust. Da musst du einen Punkt ausgeben. Ach gut, ich hab vier Punkte, also kann ich mir die auch ausgeben. Ich guck mal eben... Ich guck mal eben... Ich guck mal eben... Ich guck mal eben kurze Dinge. Mhm. Der ist keine große Kiste. Doch. Doch. Der war doch eine große. Wann Punkte ausgeht? Ach da, jetzt sehe ich die. Ich guck mal. Ich guck mal kurz. Und ich guck mal kurz. Das ist ja zu. Es ist ja zu. Ich guck mal kurz. Und jetzt guck mal kurz. Ich guck mal kurz. So. Es weiß. Ganz gut. Ich hätte eine Sticky für die Spinni. Ja, dann. Ich habe nur eine Fake. Warte, dann gehe ich mal kurz rein. Spinni? Nee, spinni so Seite. Ah, weg da. Oh Gott. Na, Spinni. Hängt die ganze Zeit da und dann... Nee, ich gehe weg. Das ist nochmal ein Geldsack. Ach, Mann. Gott, schau mich an. Ah, ich habe kein Gift. Kein Anti-Gift mehr drin. Stimmt, ich auch nicht. Ah. Oh Gott. Kommt der Kleine dahinter? Oh Gott, kommt der Kleine dahinter? Oh Gott. Ist die jetzt tot? Ist die jetzt tot? Nicht mal die Hälfte. Nicht mal kurz. Mann, ich habe da eine fette Dynamitstange hingeworfen, ne? Ah, die bummst mich grad. Hier oben ist noch eine Kasse auf dem Speicher. Hier ist noch Geld. Wo ist denn, wie kommen wir hier zum Speicher hoch? Oben am Dachboden. Oha, mein Gott. Spinni. Noch weiß. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr hoch damit. Die ist stinkig, die Spinne. Aua. Ja, die ist grad stinkig. Nein. Warte, ich guck mal, ob ich die kriege. Ja, geht auch. So. Oh, 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 oh. Heiß. Hier ist Heilungsnot. Oh no. Ich habe nur noch einen HP. Aua, ich bin jetzt gerade stinkig. Oh Gott. Oh mein Gott. Ah, der Fetty kommt hinter mir her. Oh, hier sind Punkte. Upgrade Points. Oha. Schön. Ne, es lebt. Oh. Ich habe sich doch entschieden, nicht mehr zu leben. Hier vier. Oh Gott, ne. Ich komme doch noch nicht hierher. Was hast du denn hier gemacht? Äh, Barbecue. Warte gleich, da ist was. Da ist was. So. Hier ist ein Bluepoint. Äh, Blueprint. Dann kannst du, wenn du raufklickst, der wird freigeschaltet. Lass mich keuchhusten. Lass mich keuchhusten. Lass mich keuchhusten. Überall sind Fallen, ne. Aufpassen. Diese, die, ähm, mit uns erst mal so spielen, die rennen da gerne mal rein. Nee, 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 nee. Dann rennen wir mal selber rein schon. Sie haben oben schon gebändischen und sind schon raus. Mensch, da ist doch was passiert. Ja, schon die ganze Zeit, als wir gefaltet haben. Hab ich nicht mehr mitbekommen. Hab ich keine Zeit dafür gehabt, um das mitzubekommen. Hier ist da noch Geld. So. Keine Zeit hier. Bin vegan. Du bist vegan? Ja. Dann nimm mir ein Stück mit. Das ist schon teilweise echt übel hier mit den Tierkadarmern. Und hier diese kleinen Mini-Ferkel, ey. Alter. Pulled Pork. Aber nicht von hier. Nicht von hier. Auch noch wählerisch. Das ist doch ja 1 Aquali. Das ist doch ja 1 Aquali. Hast du? Frisch gehextet. Echt? Das ist schön. Ähm. Wie soll man das sagen? Gereift. Der ist gut gejährt. Gut abgehandelt. Mein Gott, verbrenn doch mal schneller, du Kaki. Ja, der muss auch gut reifen. Und das ging ja tot. Achso. Der ist well done. Ja. Zehn hast'n so. Die ist aufgeregt. Sie freut dich dich zu sehen. Ja, du möchtest. Keine Öl. Ich seh' nicht. Ja, dann. Na dann. Los. Los. Na dann. 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 Ja. Na dann. Na dann. Na dann. Na dann machen wir noch ein bisschen Lärm. Na dann. 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 Ich hab' einfach nur gesehen. Als den Rund. Ich dachte die. Bevor die. explodiert ist. Ist die noch irgendwie am Himmel. Und lege mir die runterfällt. Und die würde ich mich gekillt. Dann bin ich mich gekillt hättest. Und ihr extracted seid. Das wäre lustig gewesen. Nee, du lagst ja im Ausgang. Lustig, wenn wir alle drei in die Luft gejankt wären, wohnen wären. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. So. Aber es waren nicht meine Schuld. Nee. Nein, es waren wirklich nicht meine Schuld. Die waren zu dritt, die waren zu zweit, die anderen haben Lungen rausgegangen. Eieieiei. Ja. Wollen wir mal eine schöne Runde, falls ihr gefallen habt. Abole nicht vergessen. Tschüss. Und tschüss. Und dem auch wieder cool. So. Äh. Mal gucken, wir jetzt in die Frankfurter Apotheke hier. Aber dafür, dass du... Aber dafür, dass du... Ja, spritzen. Ja, ja. Aber dafür, dass du erst seit 40 Stunden... ...handspülst, machst du das gar nicht... ...also richtig gut, also... Ist dann gar nicht gut... Äh, richtig... Nee. Hast du gar nicht gut? Nein, gar nicht gut. Ist gar nicht so schlecht, aber dann... Machst du gar nicht immer so gut. ...dach ich mir, das ist halt... Aber es ist echt gut. Also... Ja, das stimmt. Äh, Stacheldrahtstolper fallen oder die normalen? Ist egal. Also... Diese D-Alert... Die können halt noch eine anfackeln. Also wenn du zwei legst... Und... Und dieser Stacheldraht... Die nehme ich zum Beispiel gar nicht mal... Die D-Alert-Dinger kannst du zum Beispiel auch gut an Fässern machen. Und so rote, wenn die halt durchlaufen, explodieren die einfach instant. Machen wir Armut... Schiffst du dann die Stange hier weg... Haben wir denn hier noch irgendwas fackelt? Oh, hier ne Bratbombe... Genan... Mh, ne Bratbombe... Ne Bratbombe? Geil... Ich muss Hella uns mit Fire Damage killen... Dann nehme ich mal Feuermund... Achso... Eisenschaften... So, was habt ihr hier einen Perk wegen... Wenn ich irgendwie einen... Kille und den... Loote, krieg ich irgendwie einen... Balken dazu? Wie heißt denn der Kram? Äh, das ist Peacekeeper, also den... Den du eben aufgehoben hast. Naja, den kannst du nur in ne Runde mitnehmen. Das ist halt so ein Event-Trade. Achso, okay, 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 okay. Was wir halt auch gern... Also weiß ich nicht... Was ich zum Beispiel gern mitnehme ist... Necromancer. Kannst du aber einen anderen aufheben. Oder Vulture. Ähm... Gator Legs zum Beispiel, damit läufst du jetzt schneller durch Wasser. Äh, Resilience nehme ich zum Beispiel auch gerne mit. Also das heißt, wenn... Ähm... Okay. Also wenn ich zum Beispiel aufgehoben werde, das halt meint, dass ich halt mit... vollen Lebenspunkten... Ähm... Ähm... Aufstehe und nicht mich erst heilen muss. Oder Resilience. Oder Resilience. Kann ich gar nicht mitnehmen. Warum? Ach... Ähm... Weil du... Noch kein Level 100 bist. Achso. Oder ne, du brauchst bestimmt das Level, um das freizuschalten. Also da ich ja schon Level 100 bin... Also ich hab's frei, aber es wird mir als frei angezeigt. Aber ich kann's nicht mitnehmen. Ähm... Hast du... Wie viele Punkte hast du noch? 15. Okay, warte mal. Zeig mir das mal. Nee, das ist... Das ist der Unerbittliche. Das ist ein Event-Trade. Ähm... 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 Silence ist... Das sind so zwei Hände, die so übereinander gehalten werden. Ähm... Und in der Mitte ist... Irgendwie so ein Kreis. Nee, 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 warte... Äh... Geh mal von oben ganz langsam runter. Ja, da. Widerstandskraft. Ist der Todespakt? Wie funktioniert das? Äh... Der Todespakt ist auch wieder so ein Event-Pakt. Ach, wenn ich das in-Game aufsammle. Genau. Es gibt halt einige Trades, die äh... Mit den Event-Trades, die jetzt noch neun Tage sind, äh... Kombiniert, äh... Also... Kombinierbar sind. Mhm. Mhm. Teilen-Killer ist auch ganz cool. Das nutzt sich auch immer gern. Ich bin halt ein bisschen gerne Sneaky unterwegs. Ach so, ist afghan. Hoch. Wenn du zum Beispiel... Genau, da sind Herausforderungen, da siehst du die ganzen... Ähm... Quests, die man... Äh... Die du machen könntest, äh... Wo du dann Punkte kriegst. Genau. Und wenn du mal bei Event kochst... Oben... Bin ich noch. So. Genau. Äh... Da siehst du halt, ähm... Du kriegst auch einige Sachen auch kostenlos, wenn du halt bestimmte... Ja... Wir haben halt den Battle Pass und ähm... Da kriegt man halt alles, aber einiges sind kostenlos. Aber... Das interessiert mich eigentlich auch alles nicht. Weil wir einfach nur ein paar Leute killen. Ja... Ich gebe dir mal raus. Zuerst du mal... Ist das neu, dass man jetzt irgendwie auch so die Aktionen... Ja, ja. Im Discord ohne Nitro... Ähm... Posten kann? Ja... Ok... Ich bin schon gewundert. Die tritt mir so, ich hab doch keinen Nitro. Warum hab ich diesen... Möglichkeiten? halten. Aktivität da, ne? Ich kann jetzt auch auf deine Aktivität klicken und einfach Status Clown drücken. Was? Ich habe meinen Status geklaut. Ich bin stolz. Hast du dich jetzt eigentlich angemeldet? Zu Arena, Breakout. So, wieder da. Ne, noch nicht. Tatsächlich noch nicht, aber ich habe das noch auf. Das werde ich noch machen. Besser ist. Ich habe nämlich auch vorhin eine Mittagstunde gemacht und dann hatten wir noch lecker gegessen und noch ein bisschen was geguckt und dann gestreamt. Ich kann mir tatsächlich heute noch gar nicht zu. Hallo Tam. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo Tam. Schön, dass du eingeschaltet hast von Showdown. Mehr dabei sind noch vier Sonnen, Wuhl und Chat. Hallo. Hallo. Und hallo Tam. Schön, dass du auch da bist. Wie ist es? Wie geht's für stets? Such. Ich habe hier nicht mehr, Ringo. Oh Gott. Gesundheit. Oh Gott. Gesundheit. Das hilft alle nichts mehr, ne? Tough. Muss ich probieren. Bei einem Okay-Wochenende. Hier ist noch ein Hund. Ja, ich muss die mit Feuer killen, warte, ich habe Feuer. Achso. Gut, dann hau ich mal ab, weil hier ist noch einer. Ja, ich würde mal kurz. Ich würde, ich würde angeknabbert. Gehen Sie. Ja, ich muss die erst mal. Oh nein, da ist Penny-Shot-Money drin. Okay. Ja, warte, ich kann versuchen, die anzuzünden. Alter. Alter, habe ich die gegen die Wand geknüppelt. Warte, ich kann versuchen, einen anzuzünden. Da steht auch sonst ein Fass, ne? Okay. Zählt das nicht auch? Äh, boah. Der eine hat gezählt. Brauchst du noch einen? Du musst mir mal so eine Fackel mit... Ja. Wo ist denn jetzt? Wo ist denn jetzt? Ist das hier voll drin? Junge, ist das hell oder was? Ja, meine Augenlicht. Ich brauche insgesamt drei Hunde. Aber ich habe diese Penny-Shot-Scheiße mitgenommen. Ich dachte, das war dieses Lichtgedöns. So viel Geld musst du direkt verschießen? Ja, ganz viel. Du kannst es haben. Ja. Bitte. Was ist das denn? Das soll eine Waffe sein? Ja. Sieht ein bisschen traurig aus. Hast du die Penny-Shot-E? Ja, ich habe auch so... Achso, nee, das Ding ist ja eine Extra-Waffe. Das hast du da, wo du normalerweise dann verbänderst. Das ist so eine dritte Waffe, mehr oder weniger. Die macht echt gut Damage, wenn du nahe genug rankommst. Aber es war schon mal gut, dass das Wochenende okay war. Der ist halt scheiße. Der ist halt scheiße. Das ist richtig. Klug. Ja. Weise Worte mit Moon. The more you know. Oh, das mag der gar nicht. Wind umbringen, du, blödes Ding, du. Oh, oh, hallo. Der Boss ist hier. Spinni. Dann wollte ich mir schon mal die Gifft drin. Willst du dann über den Trait aufheben? Ja. Okay, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Wieder weg. Versüchte. Natürlich. Hat sich angerettet. Warte mal, kann ich die mit dir... Komm her, du kriegst ein bisschen Penny ab. Das ist ein paar Penny. Oh, ha, ich habe die echt. Okay, das hat ja schon Damage gemacht. Hasse, manne, Mark. Ja, wir haben so Penny. Ah, hier liegt Detimination. Habe wieder Kaffee und der Krampf schmeckt leicht, der hat eine starke Wirkung. Hä, was ist denn mit meinem Charakter los? Mein Charakter tut so, als ob ich eine Fackel hält. Ich kann doch nicht mehr sprinten. Hallo. Warte, ich hau dich mal. Was ist denn jetzt? Danke. Jetzt habe ich Schmerzen und die kann ich mich nicht bewegen. Danke. Scheiße. Kannst ja nochmal probieren, dann fall ich um. Hä, ich bin in der Animation drin. Ich kann das Ding auch nicht mitnehmen. Warte mal. Na, warte mal. Warte, ich probiere nochmal. Komm mal, bei mich bei. Komm her. Kannst du dich jetzt wieder bewegen nochmal? Ja, danke. Ich will gleich Spinni an. Spinni nicht hauen. Danke. Es ist rot. Die helfen auch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da kommt was. Panik. Da kommt was. Aus Osten. Ja, wo draußen. Die laufen von 210. Oh Gott. Geh mal hier raus, ja? Oh. Nein. Alter. Da kommt noch ein Stoffelrad rein. Spinni. Spinni. Wir haben ein Abkommen, oder? Spinni, hau ab. Ich muss mich halten. Ich sei eine Tod. Oh Gott. Komm da noch. Was ist denn da passiert? Was passiert hier? Was wird das denn? Na ja. Na gut. Ich wollte noch raushüpfen, aber es hat einfach nicht geklappt. In dem Moment, wo ich gerade schon am raushüpfen war, bin ich gestorben. Ja, ich habe es in der Mitte mit dem Gesicht gefahren. Gewaltreich? Aber mehr Gewalt war die Lösung. Ja, das hat aber geklappt. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe ihm geholfen. Gewalt wirkte nicht, aber mehr Gewalt war die Lösung. Ich habe ihm nur geholfen. Danke, Schwierig. Jetzt habe ich wieder keinen Jeesha mehr. Nee, Jeesha. Jeesha. Da stehe Jeesha weg. Wie waren das hier nochmal mit den Presets? Ah, loadout. Wir nachholen. Ah ja. Schön. Dann nehme ich, äh, nee, Kruppel. Ich habe alle Challenges fertig. Kann ich nur noch so Punkte. Sehr gut. Bin jetzt bei 44. Sehr gut. Das hat doch hier irgendwas bei irgendeiner Waffe. Events oder anders? So ist ja. Mit noch Springfield. Springfield. Kacke, Redner. Weiß ich jetzt nicht. Lassen. Ich bleib bei meinen Leisten. Und jetzt kannst du uns ja auch verändern jetzt, ne? Ja, Peter. Hä? Die Leisten. Und zwar, wenn du auf Rooster gehst, kannst du oben auf Respeck gehen. Und dann kannst du halt Remove Last Health Shanks, klickst du halt ein paar Mal rauf und dann kannst du halt gucken, ob du dann alle zu klein machst. Also den ersten, das geht halt nicht, aber alle anderen klein machst du oder groß. Ich habe immer gerne kleine Balken, weil, ähm... Wovon reden wir hier gerade? Lebensbalken. Okay. Wenn du auf Rooster gehst. Und den Jäger doch. Wo auch immer das sein soll. Also wenn du auf den Hunter gehst oder Jäger. Die großen Reiter, wenn du auf Jäger gehst. Mhm. Und dann hast du ja, also unter diesen großen Reitern hast du noch so kleine Reiter. Und das letzte, Miesbeck. Und du da raufklickst. Dann kommst du da, wo du die Lebensbalken mal verändern kannst. Ja, wird schon so passen. Ich habe zum Beispiel mal gerne kleine Lebensbalken, damit ich mich schneller heilen kann. Oft besser seine Hände nur an die eigenen Leistung zu legen. Na, ist richtig. Dann möchtest du uns was sagen. Boah, ich muss mir ja bald irgendwas, irgendwas mal was essen oder so. Ich bin ein bisschen hoch. Mhm. Nach der Runde sollte mein Essen auch fertig sein. Mal kurz schnobolieren. Nach der Runde sollte mein Essen auch fertig sein. Dann werde ich mal kurz schnobolieren. Ich bin leer gerne. Okay. Ja. Wollen wir auch noch eine Runde machen? Ja. Hätte ich auch gehört. dann können wir gerne noch mal die tage war überlege ich mir noch die wichtigste malzeit am ganzen tag ist eine spritze am helligsten war das nicht mehr so dass man nur zwei leute das immer aufheben konnten manche sagt können jetzt auch mehrere leute auf jeden mal so drei leute also kassen zum beispiel kann auch drei leute looten trades können drei leute looten geltsäckchen das einzige was nicht alle looten können sind wir essen das noch mal und so und nachschub ja moni nachschub mein gott kippt um jetzt da ist keine kasse war nix zwei noch gar keine mehr man hat das fast mehr mal kurz keines mehr Gott, was ist denn so? Äh, komm schon, Ruckler. Ungern healen eigentlich. Ich muss doch mal ein Heal liegen jetzt. Haben sie ausgepatscht wieder. Sieh mal, wenn man braucht, dann sind sie nicht da. Ach, hier. Spinning ist hier. Nee, Spinning ist gar nicht dabei. Ah, der Gegner ist hier, ist laut, ist rot. Oh mein Gott, ja. Ja, ne, ich fahr jetzt um. Oh, knapp. Hat jemand grad Musik angemacht? Ja. Dann müssen wir mal alles rein hier. Ja. Wo ist denn der? Wo waren die denn genau? Ja, irgendwo so 330, 345 da hinten. Mhm. Mhm. Und so. Sie steht hier richtig offen. Ähm. Da ist sie keiner. Na klar, jetzt sind wir ja nicht da. Ist aber noch rot. Ähm, bei mir, weil hier wird der Hinweis laut, ähm, der, 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 die Eventpunkte. Mhm. Mit einem Zug ist auch keiner. Der leitet einen Zombie-Lauren. Vielen Dank. Oh, hier auf dem Dach? Nee, das ist ein Avto. Sehr gut. Oh mein Gott, hinter uns. Ey, wo wart ihr denn? Komm noch ein Fach. Die haben alle den gleichen Skin. Ja, ich weiß, hab ich gesehen. Zum dreimal die Bauern. Du stehst jetzt auf? Ja, noch nicht. Drei, zwei, eins, jetzt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Da ist er. Ja, ich bin sofort wieder, also, wohne ich nicht. Ja, ich regere gerade noch. Rechts genau beim Waggon. Bei mir? So, tschüss. Einer Säcke sprengt. Der andere liegt da noch tot rum. Oder gibt's noch einen? Ähm. Ich hole nochmal einen Moon. Der kommt hier irgendwo wieder an bei mir? Der Ding wird wieder lauter irgendwo. Ähm, ich glaube, er will den Typen holen bei dir, hinter dir, vier. Nee, äh, bei mir liegt der immer noch, okay. Nee, links um Ecke. Einer tot, glaube ich. War ich den geholt? Getroffen habe ich auf jeden Fall. Das war eine Frau. Ist nicht tot. Moment. Da waren aber dreimal von dem selben Typen oder was versuchen wir mal eine Frau dabei? Da war noch ein Balken. Guck mal. Hat mich, ist noch ein Hit. Ich muss mich mal kurz heilen. Sag mal. Ja, rechts ist die. Moment, da sind noch mehr. Am Haus, am Haus, am Haus. Oh Gott. Zwei Teams. Ne, da sind noch mehr. Kann doch nicht sein, der brauchst du lange zum Wechseln. Mein Gott. Wie viele waren denn da jetzt noch? Zwei Teams. Einmal die Pussycat Dolls und die Hinterwäldler von Diensten. Ja, da war noch mal ein Drehertyp. Soll ich dir sagen. Ach, das kann ja gar nicht sein. Ja, nix, Master. Ja, nix. Egal. Ja, aua, das war's gut. Gute Runden. Schön, dass du ihn. Ja, und sehr gerne, ähm, weiß ich nicht. Wenn wir wieder privat auch mal so zocken oder so, die Tage dann, ähm. Privat, boah. Oh, privat, weiß. Weiß ich. Bin ich geschäftlich dann nicht? Das kann ich nicht. So, das ist alles geschäftlich hier. Ja, sonst kann ich nicht. Nee, aber, das hat sehr viel Spaß gemacht. Nichts am Treiben bin, komme ich gerne dazu. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir für die Runden vier. Genau, dafür müssen wir doch mitmachen. Ja, und generell vielen lieben Dank für den ganzen Support im Stream. Dass alle da waren, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Genau. Tschüss. Danke fürs Reinschalten. Schönes Tagswochenzünder und schönes Start in die Woche. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.